Musik So, hallo ihr Lieben. Einen wunderschönen Montagabend. Hi und herzlich willkommen hier bei Junge Naiv zum Wirtschaftsbriefing. Einmal die Woche kümmern wir uns um was, was letzte Woche in Sachen Wirtschaft, Politik, Geld, Arbeit, Umwelt, Klima, im weitesten Sinne, was alles mit Wirtschaft zu tun hat, so wichtig war. Ich bin Maurice und ich freue mich, euch hier zu begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Programmhinweis, der obligatorische, der fällt heute, was Junge Naiv-Sendungen angeht, leider fast aus, denn eigentlich wäre am Freitag Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU bei Thilo zu Gast gewesen. Der musste leider krankheitsbedingt absagen. Aber, kleiner Spezialhinweis, am Mittwoch moderiert Thilo bei ZAPP die Sendung Welche ARD wollen wir? Abends um 22.45 Uhr. Checkt das gerne aus. Den Link dazu packe ich nachher auch nochmal unter das Video, in die Videobeschreibung und die Kommentare. In Sachen Wirtschaft war viel los und Wirtschaftspolitik war viel los. Es ist nämlich bald, wir steuern auf eine Haushaltswoche hin. Üblicherweise streiten dann die Koalitionäre immer über das, was in den Haushalt rein soll oder auch nicht. Das war die letzten Jahre ein bisschen einfacher, weil da die Schuldenbremse ausgesetzt war. Jetzt gilt sie aber wieder und SPD, FDP und Grüne liegen sich mächtig in den Haaren, was den neuen Haushalt angeht. Darum wird es gehen. Wir haben aber keine Zeit zu verlieren und starten deswegen gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Es gibt, es tut mir leid, es gibt nicht viel Gutes. Also ich habe nicht viel Gutes mitbekommen. Wenn ihr was Gutes mitbekommen habt an Schlagzeilen, dann haut es doch jetzt mal in den Chat oder sonst später, wenn ihr später zuhört, unter das Video. Also ich muss sagen, es war, ich gebe mir immer Mühe. Ich will nicht immer mit den Energiepreisen kommen. Gut, die sind jetzt, könnte man jetzt wieder sagen, ist okay, aber es gab nicht viel Gutes. Ich ziehe mich jetzt schon mit euch hier dran hoch. Tagesspiegel berichtet über die Einsparbemühungen beim Thema Gas der Länder. Diese Länder sparen am meisten Gas seit der Invasion in der Ukraine. Viele Länder haben ihr EU-Einsparziel erreicht. Auch Deutschland hat das Einsparziel erreicht, zumindest das, was von der EU ausgegeben wurde. Wir sind da auf Platz 9. Und man muss sagen, die großen, auch Industrieländer, Frankreich und Italien sind ja so, dann noch die größten in der EU, die liegen hinter uns. Ganz vorne führt an Lettland, die Niederlande ist noch vor uns, Belgien, Kroatien. Aber ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Die EU ist sparsam. Damit zusammenhängt eine andere Nachricht, die zumindest für die Beschäftigten in der mittlerweile bekannten Raffinerie PCK Schwedt ein kleines bisschen für Aufatmen sorgen dürfte. PCK Schwedt, nochmal zum Kontext, das ist die Raffinerie in Ostdeutschland. Die versorgt Berlin und Brandenburg zu 95%. Durch das Öl-Embargo hatten die eine ganze Menge Probleme, denn Schwedt ist über die Druschpa-Pipeline angebunden nach Russland und hat bisher das Öl immer daher bekommen. Jetzt muss umgestellt werden, muss per Schiff geliefert werden. Zum Beispiel über den Hafen Rostock. Eine kleine Menge kam auch schon über den Hafen Danzig. Mittlerweile laufen die aber nur knapp über 50% Auslastung. Das ist nicht nachhaltig. Jetzt gibt es aber die Meldung, dass auch Kasachstan liefert. Erste Mengen sind da unterwegs. Allerdings hat das Ganze auch schon einen Haken. Denn zum einen verdient Russland daran mit. Denn wenn Öl aus Kasachstan nach Deutschland kommt, dann läuft die Pipeline über russisches Staatsgebiet. Und da gibt es Transitgebühren. Das verstößt nicht gegen die Sanktionen, aber zumindest, sagen wir mal jetzt gegen den Geist des Öl-Embargos. Das ist das Erste. Das Zweite ist, heute kam die Meldung rein, Russland, obwohl die noch Lieferverträge mit Polen haben, hört auf, Polen mit Öl zu beliefern. Da gab es noch kleine Restmengen. Da haben sie gesagt, nee, machen wir jetzt nicht mehr. Ähnlich so, wie ja in Deutschland das Gas abgestellt wurde. Mit der, ja, wir haben die Leidensstory letztes Jahr miterlebt, auf und ab. Die Pipeline Nord Stream 1, die da ständig gedrosselt, dann ging wieder mehr, dann ging wieder ein bisschen was. Dann ging gar nichts mehr. Dann wurde sie gesprengt. Also, ja, ein Trauerspiel, ein Hin und Her. Das heißt, auch Russland kann entscheiden, das Öl aus Kasachstan, was dann zu uns kommt, abzustellen. Und es gibt noch eine dritte Facette, die das Ganze hat. Nämlich hat sich Robert Habecker letzte Woche beschwert, hat sich ja letzte Woche beschwert, dass die Sanktionen umgangen werden, großzügig, von vielen Firmen, die zum Beispiel Geschäfte machen mit Kasachstan. Also, da ist der deutsche Exporteur, der liefert dann halt nach Kasachstan. Und aus Kasachstan wird dann weitergeliefert nach Russland, weil der deutsche Exporteur darf nach Kasachstan liefern. Das kasachische Unternehmen hat keine solche Embargos wie wir gegen Russland. So laufen die sogenannten Parallelimporte, Dreiecksimporte, Dreiecksbeziehungen weiter. Natürlich ist das ineffizienter, die Kasachen verdienen mit, aber sie laufen halt weiter. Teilweise so absurd, dass der Export von Waschmaschinen, Spülmaschinen und Kühlschränken nach Kasachstan extrem zugelegt hat. Warum? Nun, da sind Halbleiter drin verbaut, die dann am Ende vom russischen Militär genutzt werden als Ersatzteile. Effizient kann das nicht sein, sonderlich effizient, aber so war die Berichterstattung. Und das ist natürlich jetzt absurd, wenn wir einerseits Öl aus Kasachstan beziehen und andererseits nicht wollen, dass über Kasachstan unsere Exportverbote umgangen werden. Dann ist auch das wieder ein Interessenkonflikt. Wie sie den lösen, mal sehen. Wir bleiben wachsam. Das war es aber auch schon mit guten Meldungen. Ansonsten gibt es ziemlich viel blöde Meldungen, ziemlich viel Stress. Tesla zum Beispiel streicht Batteriebaupläne für Grünheide zusammen. Das sind Jobs, die Brandenburg dringend benötigt hätte. Das wäre Infrastruktur, die Deutschland gut zu Gesicht gestanden hätte. Das war eigentlich schon länger absehbar. Offiziell geben sie jetzt vor allem den Grund an, dass es in den USA bessere Steuervergünstigungen gab. Aber es ist ein offenes Geheimnis. Tesla hat ja hier auf knapp eine Milliarde staatliche Förderungsabventionen verzichtet. Tesla hat sich immer gestört an europäischem Beihilferecht. Tesla hat sich gestört an strengeren Umweltauflagen. Und Batterien zu produzieren kostet viel Energie. Energie ist in Deutschland extrem teuer geworden. In den USA nicht so dolle. Auch teurer, aber nicht so dolle wie hier. Deshalb die Entscheidung, die Pläne zur Herstellung kompletter Batterien in Deutschland aufzugeben. Soll jetzt nur ein kleines Forschungslabor, glaube ich, daraus gemacht werden. Und gut, klar, natürlich weiter die ganz normale Autoproduktion. Schade für Brandenburg. Hätte denen dort sicherlich gut zu Gesicht gestanden. Ja, Wirtschaftsministerium hat das sicherlich für Ärger gesorgt. Dann meldet die FAZ auf Bezugnahme zur Finanzwende. Grüne Fonds, in Anführungszeichen, investierten fast eine Milliarde Dollar in fossile Energie als Reaktion auf den Krieg. Worum geht es? Nun, man hat mal geschaut, welche gemäß EU-Recht als nachhaltig beworbene Fonds zwischen Ende 2021 und März 2022 zusätzliche Aktien im Energiesektor gekauft haben. Und dann sieht man, oh, da sind 2,6 Milliarden Dollar reingeflossen. 940 Millionen Dollar davon in den fossilen Bereich. Hingegen Neuinvestitionen in Aktien von unter dem Bereich der Erneuerbaren nur 138 Millionen Dollar. Also knapp eine Milliarde in die fossilen, nur 130 Millionen in die Erneuerbaren. Das ist natürlich nicht so dolle, die Finanzwende beklagt Greenwashing und dass die Nachhaltigkeitskriterien ganz offensichtlich nochmal nachjustiert werden müssten. Für die lieben Zuschauer im Chat, die jetzt schon mal Fragen stellen, wir haben am Ende des Formats immer ein Kapitel Zeit für naive Fragen. Behaltet eure Fragen bis dort im Hinterkopf oder kopiert sie euch schon mal irgendwo rein, dass ihr sie nachher stellen könnt. Weil jetzt zwischendurch im Chat ist das sonst zu viel Wildwuchs. Nachher nehmen wir uns aber dafür die Zeit versprochen. Die Tagesschau meldet Totalausfall im Süden, Kritik der Windenergiebranche. Worum geht's? Nun, seit Anfang Januar wurden in mehreren Bundesländern keine einzige neue Anlage genehmigt. In der letzten Sendung, als Jens Brodersen hier noch zu Gast war, haben wir noch Olaf Scholz dafür gelobt, dass er jetzt ja ausgerufen hat, dass jeden Tag eine Handvoll Windräder aufgestellt werden sollen, in Betrieb genommen werden sollen. Wenn natürlich keine genehmigt werden, dann läuft das wahrscheinlich nicht so doll. Das ist bitter. Und der Totalausfall ist auch zu lokalisieren. Besonders schlecht schneiden dort nämlich ab. Insbesondere das große Flächenland Bayern von Markus Söder, aber auch Baden-Württemberg. Das ist immer so das Argument, ja, hier ist ja Windenergie nicht so doll wie dort oben im Norden. Stimmt, da ist sie besser. Trotzdem brauchen wir es auch da. Und genau, also das ist ein schlechtes Zeichen für unsere Ausbauziele. Man kann nur hoffen, dass da langsam Bewegung reinkommt. An der Stelle auch nochmal erwähnt, es ist hier auf jeden Fall auch wichtig, dass wir die Stromtrassen entsprechend ausbauen und Strom, den wir dann aus Wind zum Beispiel oder Solar produzieren, transportiert bekommen zwischen Nord und Süd. Das ist noch nicht so verlässlich und effizient der Fall und in den Mengen, wie wir es bald brauchen, nicht nötig. Deswegen steigt ja die Bundesregierung oder will sie zum Beispiel bei Tenet einsteigen. Das ist der größte Übertragungsnetzbetreiber, Stromautobahn, wenn man so will. Gut, hoffentlich wird dort ernst gemacht. Dann hat das IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, einen neuen Inflationsmonitor herausgegeben. Und wenn man den Inflationsmonitor liest, dann erfährt man, welche Einkommensgruppe zum Beispiel wie stark von der Inflation betroffen ist. Da gibt es jetzt zwei interessante Nachrichten. Die erste Nachricht ist, das Statistische Bundesamt hat die Inflationsberechnung ein Stück weit umgestellt. Das machen die eigentlich alle fünf Jahre, dass die den Warenkorb anpassen, zum Beispiel um dem Rechnung zu tragen, dass Menschen mehr Dienstleistungen ausgeben, dass sie mehr oder weniger für Wohnen ausgeben, dass sie typischerweise mehr für Energie ausgeben, halt der Warenkorb angepasst wird und die Gewichtung. Das haben sie jetzt gemacht. Da war ein bisschen die Herausforderung, eigentlich sollte das 2020 passieren. Da war Corona ja, Pandemie ja, das heißt, das war verzerrt. Deswegen war das ein bisschen schwieriger. Und die Umstellung, Revision nennen sie das dann, hat dazu geführt, dass die Gewichtungen im Warenkorb sich jetzt krass verändert haben. Miete zum Beispiel zählt viel weniger. Der Anteil an den Gesamtausgaben ist jetzt kleiner geworden. Entsprechend auch der Anteil im Warenkorb. Energie zählt auch deutlich weniger, Nahrung deutlich mehr, was in Konsequenz dazu führt, dass erstens die Inflationsrate für das vergangene Jahr im ganzen Prozentpunkt zu hoch ausgewiesen wurde, war also gar nicht so hoch. Also zumindest geben sie an, dass das jetzt die realistischere Betrachtung ist. Gut, vertrauen wir mal den Statistikern. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass jetzt für Mittelstandseinkommen mittlerweile Nahrungsmittelausgaben oder Nahrungsmittel im Allgemeinen ein größerer Nahrungsmittel dort einen größeren Beitrag zur Inflation haben als Haushaltsenergie. Bedeutet, der Inflationstreiber Nummer eins, der Kaufkraftvernichter Nummer eins bei Familien mit mittlerem Einkommen sind die Nahrungsmittel. Was wiederum uns auf die Debatte zurückführt, was macht die Bundesregierung eigentlich, damit die Leute sich die Lebensmittel leisten können und damit die Lebensmittel günstig bleiben oder günstiger werden wie dann im Supermarkt. Das ist die größte Forderung, die auf dem Tisch war, die Mehrwertsteuersenkung. Man kann den Mehrwertsteuersatz auf Grundnahrungsmittel zum Beispiel streichen. Damit würde man schlagartig, sieben Prozent werden da aufgeschlagen, wenn man die sieben Prozent abzieht. Und je nachdem, wie man denkt, von oben nach unten, da wäre es sogar ein bisschen mehr als sieben Prozent, die günstiger würden. Wir sagen jetzt vereinfacht sieben Prozent günstiger werden. Hätte ad hoc was für die Kaufkraft getan der Leute und die Inflationsrate gesenkt. Aber das würde ein paar Milliarden Euro kosten, zwölf ungefähr. Und da sie eh schon so viel über den Haushalt streiten, wie wir gleich sehen werden, ist das nicht sonderlich realistisch. Wäre aber eine gute Maßnahme. Und da Energie mittlerweile den ungefähr gleichen Beitrag zur Inflationsrate hat wie Nahrungsmittel, wäre das durchaus angemessen. Allerdings ist das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen verfälschend, weil in Lebensmitteln natürlich auch viel Energie wiederum drin ist. Das ganze Zeug muss ja ausgesetzt, geerntet, erhitzt, konserviert, gekühlt, gefroren, beleuchtet, transportiert, was auch immer werden. All das kostet viel Energie. Deswegen ist auch in den Lebensmittelpreisen immer noch viel Energie. Und wenn man zum Beispiel jetzt Kraftstoffe und so mit dazu zählt, ist Energie immer noch als Beitrag wichtiger. Aber der Vergleich Haushaltsenergie und Nahrungsmittel, der ist interessant. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Inflation natürlich unterschiedliche Einkommen unterschiedlich hart trifft. Und das, was man intuitiv vermuten würde, dass kleine Einkommen stärker darunter leiden als große, das bestätigt sich auch im IMK-Inflationsmonitor. Hier schreiben sie nämlich, die höchste Inflationsrate hat erneut einkommensschwache Haushalte. Dort beträgt die Inflationsrate 10%. Die niedrigste einkommensstarke, allein lebende Gruppe, die hatte wiederum nur eine Inflationsrate von 7,4%. Weil die Konsummuster andere sind, weil sie mehr sparen können einfach und nicht all ihr Geld für den Lebensalltag ausgeben müssen. Das ist ein Unterschied von 2,6%-Punkten und ja, daran müssen sich natürlich auch die Entlastungspakete messen lassen. Darüber hat Thilo unter anderem mit Lisa Paus gesprochen. Schauen wir nachher drauf. Dann gibt es eine sehr, sehr interessante Meldung von heute. Ganz frisch, ganz warm. Die Bundesregierung setzt die konstatierte Aktion aus. Das hatte der stellvertretende Regierungspräsident Büchner heute angekündigt. Eigentlich sollte es am 9. März noch ein Treffen geben. Konstatierte Aktion, wir erinnern uns, war die Zusammenkunft von Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite, Bundesregierung und Bundesbank. Also alle, die irgendwie daran mitwirken, dass es Löhne gibt und dass Preise gesetzt werden, die sollten sich dann an einen Tisch setzen, damit die Last der hohen Importpreise geschultert wird. Und Ziel Nummer 1, Ziel Nummer 1 dieser konstatierten Aktion, das gab es damals schon mal während der Ölkrise, damals ein bisschen besser funktioniert als jetzt. Ziel dieser konstatierten Aktion war, alle einigen sich auf Maßnahmen, die man macht und agieren sozusagen, zumindest im grobsten Sinne, im Einvernehmen, was die Lohnentwicklung angeht. Denn das ist die Sorge Nummer 1 gewesen, wenn die Löhne durch die Decke gehen würden, dass neben der Energiepreisinflation noch diese klassische Lohnpreisspirale entfacht wird und die Löhne zusätzlich Inflationstreiber werden. So, das setzt die Regierung jetzt aus, nach drei Treffen, das vierte hat sie abgesagt und wir hören mal rein in die Begründung, das war nämlich auch heute Teil der Regierungspressekonferenz, und warum sie das denn machen und ob die Ziele, die sie damit sich gesteckt haben, denn schon erreicht sind. Oh, der Ton läuft nicht über meine Kopfhörer, entsprechend könnt ihr den nicht hören. Kleinen Moment, zack, 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 verbinden. Und wenn ja, warum? Zur konzertierten Aktion kann ich Ihnen sagen, der Bundeskanzler hat in einer historischen Ausnahmesituation die konzertierte Aktion ins Leben gerufen. Ziel der konzertierten Aktion war es, gemeinsam mit den Sozialpartnern Wissenschaft und Geldpolitik Lösungen zu erarbeiten, um die Inflation zu dämpfen und die Belastung durch die hohen Preise zu lindern. Das Thema hatten wir ja eben auch gerade schon. Und wir haben in dieser konzertierten Aktion viel erreicht. Die Bundesregierung hat umfangreiche Entlastungspakete aufgelegt und in diese sind auch die Vorschläge der Sozialpartner eingeflossen. Die beschlossenen Maßnahmen wirken. Die Inflationsausgleichsprämie wurde sehr gut angenommen. Sie ist mittlerweile Teil einer Vielzahl von Tarifabschlüssen. Die Gas- und Strompreisbremse ist in Kraft und bietet Menschen und Unternehmen Entlastung und Planbarkeit. Und in Deutschland hat sich die Entwicklung der Wirtschaft in den letzten Monaten stabilisiert. Das sind gute Nachrichten. Und daher können wir die konzertierte Aktion zunächst aussetzen, irgendwo war zu lesen, in einer Art Stand-by-Modus schalten. Und das ist genau auch richtig so. Ich kann Ihnen also bestätigen, dass das für März angesetzte Treffen nicht stattfinden wird. Und das Format hat sich aber bewährt und sollte es die Lage erfordern, kann es dann jederzeit reaktiviert werden. Das Format hat sich bewährt. Das Format hätte sich ja bewährt, wenn wirklich alle Parteien da rausgehen und eine einheitliche Marschrichtung vorgeben. Ich hatte dazu schon Verdi-Ökonom der Kirche. Der war zuletzt bei Thilo zu Gast im Interview. Kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, es war Interview 426, vor der Folge 426. Den hatte ich auch schon mal darauf angesprochen und gesagt. Also, die konzertierte Aktion, die ist ja gefloppt. Weil in keinem der Treffen gab es konkrete Maßnahmen mit denen, die da rausgegangen sind. Im letzten Treffen, das ist jetzt auch schon ewig her, hat die Regierung Hals über Kopf nebenher diese Gas- und Strompreisbremse entwickelt. Und gleichzeitig die steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie, 3000 Euro, die vorher aber schon im Gespräch war. Die konzertierte Aktion war zu Ende. Jasmin Fahimi, DGB, Olaf Scholz und Rainer Dulger von der Arbeitgeberseite stellen sich bei der Pressekonferenz hin. Jasmin Fahimi sagt, ja, ist ja alles schön und gut. Die Preisbremsen müssen aber schnell kommen und die müssen eigentlich umfassender sein. Und Inflationsausgleichsprämie reicht nicht, denn wir brauchen dauerhafte Lohnerhöhungen. De facto diplomatisch für, nee, also keine Einigung, wir werden Gas geben. Olaf Scholz hat nur ein bisschen was vorgestellt und Rainer Dulger sagt, oh, Inflationsausgleichsprämie. Also es können sich nicht alle Betriebe leisten. Also de facto haben sie sich nicht dort hintergestellt und diese Steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie wäre ja das Tool gewesen, diesen einmaligen Preisschock, den man eben durch die Energie hat, man ist eben keine klassische Inflation, sondern Preisschock, diesen einmaligen Preisschock mit einmaliger Ausgleichszahlung zu kompensieren. Und je großzügiger die ist und je großzügiger Olaf Scholz auch angeboten hätte, die Ampel angeboten hätte, was sie zum Beispiel noch an Entlastungen selbst für die Arbeitnehmerschultern oder auch für die Arbeitgeber. Stichwort Energiekostendämpfungsprogramm, ja, auch da wurde ein bisschen gespart, möglichst klein gehalten, möglichst kompliziert. Hätte Olaf Scholz mehr auf den Tisch gelegt und von Jasmin Fahimi und Rainer Dulger aber dann verlangt, Leute, dann zieht jetzt aber jeder hier am Strang und schaut zu, dass wir möglichst überall diese Einmalzahlung durchsetzen, um zu starke Lohnzuwächse zu verhindern. So war ja das Ziel, ja, das wäre ein Erfolg gewesen. Genau das gab es aber nicht. Also, was da jetzt an Erfolg aus dieser konzertierten Aktion folgen soll, ist wirklich ein Rätsel. Ja, Sie haben schon Indirektes beantwortet. Das heißt, Sie werden in Zukunft auch jetzt je nach Lage, wenn Sie weitere Entlastungspakete oder Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger planen, jetzt auch wieder dann sehr bald zusammentreten können. Also, wenn das für nötig erscheinen sollte, dann ist das ja jetzt ein etablierter Kreis von Gesprächspartnern, die sich dann auch wieder neu abstimmen können. Dann würde man diese konzertierte Aktion wieder reaktivieren. Herr Eckstein dazu. Wurde denn diese Absage einseitig kommuniziert oder gab es davor, war das abgesprochen mit den Gewerkschaften, den Arbeitgebern und den anderen? Das kann ich Ihnen jetzt so aus der Lammengen nicht sagen, aber ich gehe davon aus, so wie das Kanzleramt arbeitet, dass man immer grundsätzlich vorher miteinander spricht, bevor man so etwas kommuniziert. Also, ich gehe einfach davon aus, dass die vorher auch informiert wurden. Und hat man diesen Beschluss dann aber gemeinsam gefasst, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass man das aussetzen kann? Oder ist das eine Entscheidung des Kanzleramts gewesen? Also, wie gesagt, Details weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der Einladende ist ja nun mal das Kanzleramt, also muss auch das Kanzleramt absagen. Ja, nur weil das ist ja, das war ja damals auch mit sehr viel, sehr breit. Das ist zumal der Zeitpunkt ganz komisch gewählt, weil wir ja gerade zwei große Tarifauseinandersetzungen haben. Die Tarifauseinandersetzung öffentlichen Dienst, kommen wir gleich noch zu, und zum Beispiel die bei der Post, wo der Staat jeweils eine große Rolle spielt. Also, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für die konzentrierte Aktion gewesen, auch das nochmal dort zu besprechen. Klar, keine konkreten Tarifverhandlungen, alles schön und gut, sagen beide, ja, wollen wir beide autonom sein, wollen wir unsere Verantwortung, bret uns da nicht rein, lieber Bund, liebe Politik, alles schön und gut. Aber natürlich wäre das der perfekte Rahmen gewesen, um Leitplanken zu setzen. Es ist angekündigt geworden, Herr Scholz hat immer wieder auf diese Aktion, ich glaube auch im Bundestag, verwiesen etc. Und dass das jetzt, im Oktober gab es, glaube ich, das letzte Treffen, jetzt so plötzlich abgesagt wird. Deswegen war nur meine Frage, also ist das quasi eine Einschätzung des Kanzleramts? Stimmt, im Oktober ist das letzte Treffen, halb im Jahr nichts passiert. Gewerkschaften und der Arbeitgeber, dass es jetzt mit dieser, dass es die konzentrierte Aktion aktuell nicht mehr braucht, oder ist das eine Entscheidung des Kanzleramts gewesen? Ich kann jetzt hier nicht für die Gewerkschaften und die Arbeitgeber sprechen. Ich kann nur sagen, es ist die Einschätzung des Kanzleramts, dass wir in einer Situation sind, in der wir diese konzentrierte Aktion nicht aufgeben, in der wir sie sozusagen nur aussetzen, oder ein Stand-by setzen, wenn Sie so wollen, und sie aber jederzeit reaktivieren können. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit im Einvernehmen mit den Sozialpartnern geschehen. Herr Jung. Herr Büchner, die konzentrierte Aktion richtete sich ja gegen die hohe Inflation. Die ist ja noch nicht im Griff. Also im Januar stand, also laut Statistikem Bundesamt, 8,7 Prozent Inflationsanstieg. Also wie kommt das Kanzleramt darauf, dass die konzentrierte Aktion nicht mehr notwendig ist? Naja, wir haben, erstens mal hatten wir höhere Inflationsraten schon. Zweitens sind die Prognosen für das Jahr 20. Wir hatten schon mal höhere Inflationsraten über 10 Prozent, aber die sind ja gerade vor allem geringer, weil die Gewichtung geändert wurde. Da ist er schon mal nicht auf der Höhe. Kein Argument. 2023, dass die Inflation sich weiter abschwächt. Und von daher, wie ich Ihnen gerade vorgetragen habe, sehen wir, Inflation soll sich abschwächen, aber selbst nach allen Prognosen, ob Statistische Bundesamt, ob Jahreswirtschaftsbericht, ob EZB, bleibt die Inflation bei 6 Prozent und mehr. Also von Lösung kann wahrlich nicht die Rede sein. Insbesondere dessen, weil man ja noch ungelöste Sachen hat, wie zum Beispiel die hohe Inflationsrate bei den Nahrungsmitteln. Also gelöst ist das Problem wahrlich nicht. Sehen wir die Maßnahmen der konzertierten Aktionen als wirksam und erfolgreich? Von welcher Inflationsrate geht denn das Kanzleramt für dieses Jahr aus, damit wir das einordnen können? Das müsste ich noch mal nachschauen. Vielleicht kann mir das Finanzministerium helfen, welche Inflationserwartung... Entschuldigung. Das Finanzministerium wird neuerdings wieder recht. Genau, okay. Hilfe, Hilfe, wo ist das Finanzministerium? Ich kann gerne hier noch mal darauf verweisen. Wir haben ja im Januar den Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt, wo auch immer zur Inflationsrate Stellung genommen wird. Und in der Jahresprojektion geht die Bundesregierung für das Jahr 2023 von einer durchschnittlichen Inflationsrate von 6,0 Prozent aus, für 2024 dann mit einem deutlich weiteren Rückgang. Also natürlich, es sind noch hohe Zahlen, aber es stabilisiert sich und die Tendenz zeigt nach unten für 2023. Also dafür, dass Christian Ninten einmal so viel Bohai um die Inflationsrate macht, ist 6 Prozent Inflation nach einem Jahr mit 8 Prozent Inflation sicherlich keine Stabilisierung. Für 6 Prozent 2024 dann ein weiterer Rückgang. Nachfrage? Bei 6 Prozent Inflation für dieses Jahr braucht es die konzertierte Aktion nicht mehr. So verstehe ich es jetzt. 6 Prozent, das ist ja immer noch historisch. Es braucht natürlich weiterhin eine gute Wirtschafts- und Finanzpolitik, damit die Inflationsrate weiter gedämpft wird. Aber diese konzertierte Aktion ist ja sozusagen eine außerordentliche Maßnahme gewesen, um die extremen Ausschläge und die extremen Folgen dieses russischen Angriffskriegs für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Bevölkerung. Bei 8 Prozent war es extrem, bei 6 Prozent nicht mehr. Er hat natürlich einen Punkt, ja, dass die Preise an den Börsen, die sind extrem nach oben ausgeschlagen, sind mittlerweile runtergekommen und daher ist absehbar, dass die Preise runterkommen. Stimmt natürlich, ja. Aber so wie das Argument präsentiert, schwierig. Bevölkerung zu mildern und das ist sozusagen gelungen. Wir sind gut durch diesen Winter gekommen, wir sind auch gut in dieses Jahr gestartet und von daher... Wie gut durch diesen Winter gekommen kann natürlich bei den Preisen nicht stimmen. Für die Kaufkraft der Leute stimmt das nicht. Ja, wir haben nicht so eine Wirtschaftskrise gehabt, wie vielleicht befürchtet, aber von gut kann wahrlich nicht die Rede sein. Sehen wir jetzt die Situation so, dass man diese aussetzen kann? Damit sind nicht alle Probleme gelöst und damit müssen wir auch weiter harter daran arbeiten, diese Probleme zu lösen. Das heißt nicht, dass wir die konzertierte Aktion aussetzen. Das heißt nicht, dass alle Probleme verschwunden sind. Ich würde aber behaupten, es bedeutet, dass die konzertierte Aktion ein Flop war und gescheitert ist. Das muss man leider so sehen. Die Idee war gut, aber sie ist gescheitert. Und dass sie gescheitert ist, sieht man unter anderem auch an dieser Meldung. Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst. Bund und Kommunen legen Angebot. Vor 5% Entgelterhöhung und 2.500 Euro steuerfreie Einmalzahlung. Aufgeteilt so, 3% zum 1. Oktober 2023. Warum Oktober? 2% im 1. Juli 2024. Und 2.500 Euro Einmalzahlung, 1.500 sofort, 1.000 Euro im Jahr 2024. Gefordert waren, wir erinnern uns, 10,5%, mindestens 500 Euro. Und jetzt muss man sich wirklich, also das ist wirklich skandalös, finde ich, dass der Bund, Olaf Scholz, will eine konzertierte Aktion machen. Und das beste Tool, um Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite zusammenzubringen, um die Lohnpreisspirale der Logik zu verändern, steuernabgabenfreie Einmalzahlung. 3.000 Euro, das ist so das Tool, was er auch am Anfang schon bevor er die Einbrüfen hat, vorgeschlagen hat. Das ist ein Steckenpferd. Und jetzt geht seine Innenministerin hin, Nancy Faeser, die er für den Bund dort verhandelt. Und der Staat schlägt nicht die 3.000 Euro vor, um voranzugehen, um allen zu zeigen, ey, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, das Minimum. Und das ist jetzt der Way to go für die Tarifverhandlungen in diesem inflationären Preisschockumfeld, sondern schlägt nur 2.500 Euro vor. Wie will er dann noch glaubwürdig andere Abschlüsse kommentieren, wenn nicht mal der Bund automatisch von vornherein vorschlägt, das Maximum an Steuernabgabenfreier Inflationsausgleichsprämie zu zahlen? Das passt vorne und hinten nicht. Nancy Faeser hintergeht die eigene Politik des Bundeskanzlers. Verdi kommentiert das Ganze so, das Angebot ist eine Frechheit und sei krass unsozial. Der Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführer Frank Wernicke sagt, mit den Inhalten des Angebots lösen die Arbeitgeber den Tarifkonflikt nicht. Die Konsequenz ist, die Warnstreiks werden ausgeweitet. Und die Aktionen und Proteste hätten offenbar noch nicht ausgereicht, um die Arbeitgeber zum Umdenken zu verlassen. Dann werden wir eine Schippe drauflegen. Heute und morgen zum Beispiel Warnstreiks bei den Flughäfen in NRW. Zum Beispiel, wer damit reisen muss, ich weiß, das ist bitter, das tut weh, das schmerzt für den Moment, aber ist notwendig. Ich kann nur daran appellieren, solidarisch mit den Beschäftigten zu sein. Die organisieren uns den Alltag, die haben uns durch die Corona-Krise geführt, die halten den Kopf hin, damit wir eine öffentliche Daseinsvorsorge haben und das alles funktioniert. Die brauchen bessere Löhne und dafür zwingen die Arbeitgeber, sie dazu, sich eben damit auszuhelfen. Hier nochmal dann ganz klar dargestellt, die Einmalzahlung, sagt er, ist nicht nachhaltig. Die Preise bleiben auch danach noch hoch, wenn die Prämien längst nicht mehr wirken. Ein Mindestbetrag als soziale Komponente für die unteren Gruppen ist nicht vorgesehen. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Mindestens 500 Euro in der Forderung bedeutete ja auch mehr für diejenigen, die ein kleines Einkommen haben und damit auch in gewisser Weise eine Angleichung von kleinen und größeren Einkommen. Und genau das gibt es jetzt nicht. Für jemanden mit einem kleinen Einkommen sind die 3%, bleibt das Einkommen immer noch klein. Wir haben im öffentlichen Dienst einen extremen Personalmangel, ob Pflege, ob Müllwerker, ob Busfahrer, was auch immer. 300.000 Leute, Stellen, die dort unbesetzt sind, insgesamt in Deutschland, unglaublich viel, muss man sich mal vorstellen. Das wird noch schlimmer werden, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Das kann man nur lösen, indem man Jobs attraktiver macht. Und gerade im öffentlichen Dienst ist es ja so, dass man dort vorgeben kann, wie das Lohnniveau sich der Wirtschaft insgesamt verändert. Weil da hat man nicht diesen Preisdruck, den die Unternehmen haben, zum Beispiel beim Bund beschäftigt ist. Da ist zum Beispiel das Thema Lohnpreisspirale überhaupt keine, weil höhere Löhne nicht höhere Preise woanders bedeuten müssen. In Kommunen auch nicht zwangsläufig, manchmal schon eher, wenn das öffentliche Schwimmbad deswegen teurer wird. Oder der Verkehrsverbund eben, der kann auch Kostenprobleme bekommen, weil wir die Finanzen so organisiert haben, wie wir sie organisiert haben. Aber das Argument zählt da zum Beispiel nicht. Und ich würde auch vermuten, dass dieser Satz, die Einmalzahlung ist nicht nachhaltig, Strategie ist. Und zwar Strategie, die darauf zielen soll, möglichst viel tabellenwirksame Lohnerhöhung zu haben. Also dauerhaft, weil das ja das ist, was die Jobs auch langfristig attraktiver macht und den öffentlichen Dienst dann auch wieder attraktiver macht. Dazu wiederum passt gar nicht, dass die Arbeitgeberseite mit so einer ganz schrägigen Headline produziert hat, nämlich Arbeitgeber fordern mehr Bock auf Arbeit. Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeber BDA, Steffen Kampeter, forderte längere Arbeitszeit und mehr Lust auf Arbeiten. Wir werden länger arbeiten müssen, sagt er, das sei nun mal die Realität. Eine gute Work-Life-Balance bekomme man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin. Ich finde das wirklich gut, dass Kampeter sich hier freiwillig meldet, um eure Kinder von der Kita abzuholen, um sich dort dann nachmittags um die zu kümmern. Es ist ja wirklich cool, also dass er so viel wuppen will, dass er in ganz vielen Familien, dass er da wirklich jetzt helfen will und euch die 39-Stunden-Woche ermöglicht. Also das ist wirklich ehrenwert. Spaß beiseite, das ist natürlich dreist, was er hier fordert. Rente mit 63 kritisiert er noch. Den Betrieben gingen so hervorragende Mitarbeiter verloren. Die Krankenkasse wiederum, die kaufmännische Krankenkasse, hat dem widersprochen und den Finger in die Wunde gelegt, was denn die Belastung, Arbeitsbelastung und die psychischen Probleme angeht. Die KKH teilte mit, dass von ihren bundesweit 1,6 Millionen Beschäftigten 57.000 Krankschreibungen mit 2,3 Millionen Fehltagen wegen psychischer Probleme eingereicht wurden. Darunter depressive Reaktionen, depressive Episoden. Am häufigsten betroffen waren Beschäftigte in der Krankenpflege, Erziehung und Sozialarbeit. Thema öffentlicher Dienst auch wieder natürlich. Angststörungen, chronische Erschöpfung, all das. Und da hilft natürlich diese Mentalität, ah, auch mit 39 Stunden läuft das schon alles rund, einfach mehr Bock auf Arbeit, natürlich genau gar nicht weiter. Dem entgegen ist letzte Woche aus Großbritannien eine nette Studie veröffentlicht worden zur Vier-Tage-Woche. Da gab es quasi ein Experiment, 61 Firmen haben sich daran beteiligt und die Vier-Tage-Woche eingeführt. Und die Erfahrung ist überwiegend positiv. Es geht um immerhin 3.000 Mitarbeiter, die da teilgenommen haben. 56 von den 61 Firmen haben mitgeteilt, dass sie auch danach die Vier-Tage-Woche beibehalten wollen. Die Mitarbeiter waren weniger krank, die waren ausgeruhter, die waren motivierter. Teilweise ist die Produktivität gestiegen, deutlicher Rückgang der Fehltage, viel positives Feedback. Und ein schöner Kontrast zu dem hier, den deutschen Arbeitgeberverbänden, die aus unserem Fachkräftemangel, Anführungszeichen, eine Mentalitätsdebatte machen wollen mit mehr Bock auf Arbeit. Sehr interessant. So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein. Dann pürschen wir uns langsam vor zum Thema Haushalt. Die Deutsche Bahn, die braucht mehr Geld. Und der Tagesspiegel berichtet über die Modernisierung des maroden Schienennetzes. Die Bahn fordert zusätzliche 80 Milliarden Euro von Wissing bis 2030. Das bedeutete eine Verdopplung des bisherigen Bahnbudgets. Und in der Regierungspressekonferenz wurde das auch angesprochen. Und da hat der Sprecher des Verkehrsministeriums nur den klassischen Satz gesagt. Ah ja, also wir wollen natürlich auch, ist ja im Koalitionsvertrag verankert, die Bahn stärken. Der Minister hat sich da viel vorgenommen. Aber die wissen ja, wir wollen jetzt den Haushaltsverhandlungen hier natürlich nicht vorgreifen. Die Haushaltsverhandlungen nicht mit ihnen hier führen in der Pressekonferenz. Hahaha, ja, wissen wir doch alle, alles gut. 80 Milliarden Euro ist natürlich eine ganze Stange Geld. Aber das zeigt mal, wenn die Bahn das schon selber fordert, wie viel dort im Argen liegt. Das geht aber natürlich alles mit den 80 Milliarden nicht so gut. Denn wir haben ja die Schuldenbremse. Und die Schuldenbremse gilt seit diesem Jahr. Die soll auch nächstes Jahr wieder gelten. Und leider, leider, leider gibt es jetzt eine neue Insa-Befragung im Auftrag der Bild-Zeitung. Und das Ergebnis ist, die Mehrheit der Deutschen ist für die Einhaltung der Schuldenbremse, berichtet hier Merkur darüber. 57 Prozent sprachen sich in der Erhebung dafür aus, die Schuldenbremse nicht wieder auszusetzen. Nur 27 Prozent waren anderer Meinung. Und wenn man mal hier nach den Parteien guckt, danach sind 68 Prozent der Wähler der CDU und CSU für die Einhaltung. Bei FDP und AfD-Handlingern sind das 64 Prozent. Bei SPD und Grünen jeweils 59 Prozent. Also nicht mal signifikante Unterschiede. Also von 68 bis 59 Prozent. Das ist Wahnsinn. Und das zeigt einfach, wie krass ideologisch verankert die Schuldbremse und die konservative Sparideologie, oh, der Staat soll haushalten, die Oma Erna und bloß keine Schulden, Schulden sind was Schlechtes, oh Gott, oh Gott, oh Gott, verankert ist. Das ist kein Wunder, denn es gibt ja in Deutschland, vergeht keine Talkshow darüber, wo irgendjemand sagen kann, dass die Schulden des Staates eine Belastung für die künftige Generation sind und dass Christian Lindner an einem Tag sagt, oh Gott, jetzt erdrücken ihn die Zinsen und weil er jetzt so viel für Zinsen ausgeben muss, gibt es nichts mehr für die Kinder, für die Bildung. All das kennen wir ja. Das ist wahrlich bitter. Der Haushaltsstreit ist diesmal größer. Und vor allem ist er größer als das, was man vielleicht jetzt so mitgeschnitten hat. Das ist zum Beispiel Boris Pistorius. Haben wir auch nachher nochmal so ein neuer Verteidigungsminister. Letztes Mal habe ich ihn Innenminister genannt. Verteidigungsminister. Dass er 10 Milliarden mehr fordert für die Bundeswehr. Okay. Lisa Paus, Familienministerin, haben wir auch gleich im Interview, fordert 12 Milliarden mehr für die Kindergrundsicherung. Insgesamt, berichtet hier aber der Tagesspiegel, belaufen sich die Wünsche, die zusätzlichen Ausgabenwünsche für 2024 aus den verschiedenen Ministerien auf 70 Milliarden Euro. Schreiben Sie, die Kabinettskollegen haben beim Finanzminister allerdings einen Mehrbedarf von 70 Milliarden Euro angemeldet. Finanzierbar wäre das nur durch höhere Steuereinnahmen oder mehr Schulden. Das sind die acht Streitpunkte. Erste ist die Schuldenpolitik. Was machen wir mit der Schuldenbremse? Aussetzen oder nicht? Ist klar, auch Olaf Scholz ist dafür, die bloß nicht nochmal auszusetzen. Da braucht man, glaube ich, nicht viel Hoffnung haben. Dann gibt es ja die Fonds, mit denen die Schuldenbremse umgangen wurde. Unter anderem der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem jetzt die Strom- und Gaspreisbremse finanziert wird. Da werden ein paar Milliarden überbleiben. Hatten wir auch schon hier in der Sendung. Die könnte man ja für anderes verwenden. Da wehrt sich Christian Nintner aber auch gegen. Damit könnte man zum Beispiel ein paar von diesen 70 Milliarden, was dann Investitionen irgendwie zu wuppen wäre, darüber wuppen. Das wäre sicherlich gut. Christian Nintner fürchtet den Zins. Das hat er heute auch mehrmals auf Twitter nochmal stark gemacht. Dass er jetzt 40 Milliarden jedes Jahr für Zinsen ausgeben muss, statt 4 Milliarden wie im Vorjahr. Und das deswegen ökonomisch weise wäre, bloß keine neuen Schulden zu machen. Und er verkennt natürlich, dass 40 Milliarden für Zinsen nur weniger für Bildung und Co. bedeutet. Bildung und Klima und alles mögliche. Weil wir die Schuldenbremse haben. Also nicht die Schulden an sich bedeuten die hohen Zinslast, bedeuten Einschnitte, sondern die Schuldenbremse. Die politische Verengung, die politische Regel ist das Grundproblem. Das zweite ist, ist unglaubwürdig, weil Christian Nintner ja um höhere Zinsen gebettelt hat. Das dritte ist, dass unser jetziger Kanzler Olaf Scholz, der war ja vorher Finanzminister, der hat ein bisschen verkalkuliert. Weil Olaf Scholz hat inflationsindexierte Anleihen herausgegeben. Was ist das? Nur das sind Anleihen, bei denen das Risiko für diejenigen, die die kaufen, geringer ist, dass sie einen schlechten Deal mit der Inflation machen. Denn die Rendite bzw. der Zins passt sich an die Inflation an. Der wird angepasst. Deswegen waren die günstig, als wir Nullzinsen hatten. Allerdings ist die Wette nicht ganz aufgegangen. Denn jetzt, wo die Zinsen gestiegen sind, wo die Inflation gestiegen ist, muss man dafür auch deutlich mehr zahlen. Hätte er damals ganz normale Anleihen stattdessen ausgegeben, hätte er vielleicht ein paar 0,% Punkte mehr zahlen müssen, statt jetzt so viel mehr. Also, es ist auch ein bisschen was selber schuld. Dazu kommt, ein Drittel aller deutschen Staatsanleihen liegen bei der EZB. Bei Zinsausgaben sind ja Ausgaben wie alles andere auch. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Die fließen ja irgendwo hin. Die fließen zu den Haltern der Staatsanleihen. Wenn ein Drittel der Anleihen bei der EZB liegen, der Europäischen Zentralbank, heißt das, dass das Geld auch wieder zurückfließt in den Haushalt. Das ist rechte Tasche, linke Tasche. Denn die EZB macht damit Gewinne. Und wenn die EZB Gewinne macht, schüttet die die Gewinner in ihre Eigentümer aus. Wer sind die Eigentümer der Europäischen Zentralbank? Die Mitgliedsländer. Und das Geld fließt an Christian Lindner zurück. Also die Zahl ist hier auch höher, als sie de facto nachher sein müsste. Dann Steuerpolitik, klar. In der Regierungspressekonferenz war davon die Rede, dass es scheinbar ein Treffen gab zwischen Habeck, Lindner und Scholz. Das hat der Presssprecher aber nicht bestätigt. Und die hätten sich nochmal darauf verständigt. Ja, keine Steuererhöhung erstens. Und B, bloß die Schuldenbremse beibehalten. Das bedeutet, ah, Steuerpolitik, da ist nicht viel zu machen. Lindner hat ja sein Inflationsausgleichsgesetz schon bekommen. Jetzt zuletzt hat die FDP so ein Papier lanciert. Unternehmenssteuern senken, Spitzensteuer bei der Einkommenssteuer senken. Sie klagt gegen den Soli, dafür Mehrwertsteuer erhöhen. Haben sie wieder zurückgezogen. Bei der SPD gibt es einige Stimmen, die nochmal an die Erbschaftssteuer ran wollen. Dem Staat fehlt Geld, etwa für eine Kindergrundsicherung. SPD-Politiker wollen Ausnahmen für Firmenerben streichen. Hier muss man sagen, dass jetzt die Erbschaftssteuer, die hilft dem Bundeshaushalt nicht, weil die fließt in die Länderhaushalte. Also Kindergrundsicherung wäre damit gar nicht finanzierbar. Aber auch das ist natürlich mit Lindner nicht sonderlich, sonderlich realistisch. Hier, SPD und Grüne schielen auf höhere Steuern. Das kann man sich eher abschminken. Die FDP kann sich hingegen ein Deal vorstellen, was den Abbau fragwürdiger Steuerermäßigungen und vielleicht auch die ein oder andere klimaschädliche Subvention angeht. Wer weiß, das sollte allerdings aufkommensneutral sein. Und da ist auch nicht so sonderlich viel zu holen, weil Christian Lindner die dicken Dinger ja ohnehin schon abräumen würde. Also Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale und Dieselprivileg. Da würde er wahrscheinlich nicht ran wollen, weil das geht dann ans eigene Klientel. Also man kann nur sagen, Patz-Situation, Bundeswehr, Pistorius wird 10 Milliarden mehr, haben wir schon drüber gesprochen. Kindergrundsicherung kostete 12 Milliarden Euro. Ähm, auch das schwer und die Aktienrente. Puh, ziemliches Patt insgesamt. Ähm, bei der Kindergrundsicherung hat Christian Lindner in einem Interview bei T-Online nochmal ausgeführt, dass ja gar nicht gesetzt wäre, dass die auch unbedingt mehr Geld kostet. Kindergrundsicherung ist die Überlegung, alle Leistungen für Kinder zusammenzulegen. ähm, also Kindergeld, äh, was haben wir dann noch? Äh, Kinderzuschlag zum Beispiel, der auch antragsbasiert ist, äh, ist auch zu unterscheiden vom Kinder-Sofort-Zuschlag. Das hat Lisa Paus alles im, äh, neuen Interview unserer Familienministerin bei Thilo erzählt, kann ich sehr empfehlen. Und weil zum Beispiel ganz viele den Kinderzuschlag nicht nutzen, äh, der dann aber automatisiert ausgezahlt würde, äh, und die Leistungen ein Stück weit erhöht würden, kommt da halt einiges an, äh, Geld zusammen, was man mehr auszahlen müsste. Christian Lindner sagt aber, puh, äh, also muss ja gar nicht so sein, äh, dass wir, dass da nachher auch, äh, dass das, dass das, äh, dass das, äh, dass die Kindergrundsicherung auch mehr Geld kostet, ne? Er rühmt sich hier, wir haben ja schon Kindergeld auf 250 erhöht, außerdem hat er ja schon die Bildungsmilliarde vorgeschlagen. Ist da ja auch im Interesse der nächsten Generation nicht mehr Schulden zu machen, wir dürfen keine Schuldenberge vererben, na, man kennt dieses Framing, man weiß allerdings auch, wenn man ein bisschen makroökonomisch denkt, der Schuldenberg und der Vermögensberg, die gehören zusammen, die sind gleich hoch, man vererbt nicht nur Staatsschulden, sondern natürlich auch die Staatsanleihen, die Vermögen, die kriegt dann auch die nächste Generation. Es ist also schon, dieser Logik, kein Generationenkonflikt, aber darum geht's. Dann wird nachgefragt, aber Familienministerin Paus hat doch ein Eckpunktepapier vorgestellt und dann sagt sie, ja, das wird jetzt erstmal beraten, muss man erstmal gucken. Heißt das, sie stellen die ursprüngliche Idee der Kindergrundsicherung in Frage und das ist jetzt ein hammerharter Satz. Es gab und gibt dazu unterschiedliche Vorstellungen. Für mich geht's vor allem um die Digitalisierung und Vereinfachung der Förderung von Kindern. Höhere Transfers sind nicht immer der Königsweg. Diplomatisch für mehr Geld ausgehen will ich dafür nicht. Drei Millionen Kinder in Deutschland arm. Jedes fünfte Kind arm. Wir haben ein verdammtes Problem mit Kinderarmut. Die meisten Kinder sind natürlich arm, weil deren Eltern arm sind, klar. Aber gerade die Kindergrundsicherung würde zielgenau die Kinder treffen, die in ungünstige Lebensbedingungen hineingeboren sind. Es müsste ein Anliegen auch für jeden Liberalen sein, das auszumerzen. Dieser Satz, höhere Transfers sind nicht immer der Königsweg, ist natürlich also Dreistigkeit und Hohn. Und dann nimmt er hier das Beispiel von einer zugewanderten Familie, wo es doch viel besser wäre, die Sprachförderung von Eltern und Kindern zu verbessern. Ja. Die liebe, schöne, anekdotische Evidenz und das Whataboutism. Ja. Über was reden, wo jeder nur zustimmen kann. Natürlich wäre es gut, in Sprachförderung von Kindern und Eltern, von Zugewanderten zu investieren. Da kann keiner Nein sagen. Christian Lindner ist ein Kommunikationsprofi. Es ist bitter und es bleibt abzuwarten. Aber Lisa Paus wird einen harten Kampf da zu kämpfen haben. Ähnlich so wie Karl Lauterbach. Karl Lauterbach hat mehrere Kämpfe schon mit Christian Lindner da führen müssen und hat schon wieder einen verloren. Karl Lauterbach ist ja für unsere Pflege und unsere Krankenversicherung zuständig. Und bei der Krankenversicherung sind ja schon die Abgaben, der Zusatzbeitrag ist da schon erhöht worden um 0,3 Prozentpunkte. Auch das blüht jetzt der Pflegeversicherung. Beide haben ein großes Loch. Das wurde bisher immer aus dem Bundeshaushalt gestopft. Christian Lindner macht das jetzt nicht mehr. Und wenn Christian Lindner die Bundeszuschüsse nicht anpasst, heißt das, Karl Lauterbach muss kürzen und den Beitrag um 0,35 Prozentpunkte ansteigen lassen. Für Kinderlose sogar noch viel mehr, weil er da Familien ein Stück weit entlasten will. Auch das ist aber natürlich ein fernes Problem. Wer keine Kinder bekommen kann, wer... Also warum dort diese Unterscheidung? Das ist einfach schwierig. Aber das Grundproblem ist natürlich erstens, fehlende Bundeszuschüsse führen dazu, dass Lauterbach Sozialabgaben erhöht. Bei Sozialabgaben wissen wir, die treffen kleine Einkommen überproportional stark, weil sie eben anders als die Einkommenssteuer nicht progressiv sind, sondern gleich flach, pauschal reinknallen. Die belasten also die Kassierer viel mehr als zum Beispiel die progressiv ansteigende Einkommenssteuer. Und wir haben zusätzlich das Problem, dass wir die Beitragsbemessungsgrenze nach oben haben. Das heißt, der Manager zahlt nur auf seine ersten paar tausend Euro, zwei Rente, Krankenversicherung, Pflege unterschiedlich. Bei Rente sind es knapp sieben, bei Pflege glaube ich ein bisschen weniger, und bei Kranken 7.000 Euro Einkommen zahlt die Sozialabgaben. Darüber nicht mehr. Wenn man das also jetzt um 0,35 Prozentpunkte erhöht, trifft das das gesamte Einkommen der Kassiererin, aber nur ein Teil des Einkommens der Spitzenverdiener. Spitzenverdiener, Spitzenverdiener werden also nicht, oder andersrum formuliert, die Kassiererinnen, die Busfahrer, die Müllwerker, die Malocher, die Friseure in diesem Land, die werden deutlich stärker belastet als der Bundesliga-Profi und der DAX-Manager. Das ist das Ergebnis dieser Spar-Ideologie, dieses Haushaltsstreits. Und wenn die Ampel sich rühmt, keine Steuererhöhung, muss man sagen, also solche Sozialabgabenerhöhungen sind viel unsozialer, als jede Steuererhöhung da sein könnte, de facto gibt es eine Belastungssteigerung. Also das Mantra, keine Steuererhöhung, das können Sie sich sparen. Die Realität sieht anders aus. Und bei der Krankenversicherung könnte es noch übler werden. Da arbeitet Lauterbach ja an der Reform, und die soll die Finanzsituation der Krankenhäuser verbessern, hatten wir Ende des Jahres hier im Briefing drin. Das wird wahrscheinlich mehr Geld kosten. Darüber hat Lauterbach mit Linden aber noch nicht gesprochen. Klar ist aber, ohne Zuschüsse, stärkere Zuschüsse, würde das wahrscheinlich auch wieder eine Verteuerung bedeuten. Und Lauterbach sagt in einem Interview, der Finanzminister legt seinen Schwerpunkt auf die Einhaltung der Schuldenbremse und auf Projekte wie die Aktienrente und die Bundeswehr, dann lassen sich steigende Lohnzusatzkosten kaum vermeiden. Also Sozialabgaben, hier zum Beispiel diese 0,35% bei Pflege oder hier mehr bei Kranken. Ähnlich ist es bei der Pflege. Die Alternative wäre, dass wir immer mehr Menschen mit der Pflege überfordern. Das kann keiner wollen. Stimmt natürlich. Kürzungen, Leistungskürzungen werden noch ungerechter. Die würden die treffen, die dann die Leistungen brauchen. Aber es ist allgemein, wirklich, also es ist zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusemelken. Es trifft genau die falschen. Es ist eine sehr ungute, sehr, sehr ungute Entwicklung. Leider ist die Argumentation von Lauterbach hier auch schräg, wenn er sagt, Lindner konzentriert sich auf Projekte wie die Aktienrente oder die Bundeswehr. Aktienrente ist eine finanzielle Transaktion, geht an der Schuldenbremse vorbei. Bundeswehr, Sondervermögen, bisher, das was im Haushalt ist, ist jetzt noch nicht so stark erhöht worden. Vor allem Sondervermögen, geht an der Schuldenbremse vorbei. Dass Lindner sich also auf beides konzentriert, ist klug für Lindner, aber bedeutet nicht, dass weniger Geld für Kindergrundsicherung, Pflegeversicherung oder Krankenversicherung, da ist. Das Argument läuft ins Leere. Dann gibt es noch einen Bericht aus der Süddeutschen, den ich mitgebracht habe. Auch hier geht es um mehr Geld. Lehrermangel an Schulen. Das Problem wird sich in Zukunft verschärfen. Kann ich sehr empfehlen. Den Artikel geht es darum, dass die Lehrer ihren Job eigentlich gerne machen, aber unterbesetzte Schulen, immer mehr Bürokratieanforderungen und so weiter, aber den Job stressiger machen. Und deswegen fordert unter anderem, Aladin L. Maffalani, ihr kennt ihn, war zweimal bei Thilo zu Gast im Interview, fordert ein Sondervermögen, Bildung, 100 Milliarden oder mehr, sagt er. Wir müssen jetzt in unsere Kinder investieren, das wäre das Glückste, was man machen kann. Und SPD-Chefin Saskia Esken hat das vor kurzem, jetzt hier vor elf Tagen, auch nochmal gefordert, ins Spiel gebracht. Eine Ertüchtigung der Bundeswehr, gut, aber wir brauchen ein derartiges Paket auch für Bildung. Die Linke wird das jetzt auch bald im Bundestag fordern und einbringen. Das Gute ist, bei so einem Sondervermögen vom Bund kann man zum Beispiel auch die Schulgebäude einfach sanieren und in Schuss bringen, energetische Gebäudesanierung zum Beispiel machen. Vielleicht sind das sogar ein paar Milliarden, die man aus diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds abzwacken kann. Aber das ist klar und die Forderungen sind gut und richtig, Bildung, da müssen wir jetzt mächtig reininvestieren. Es ist ja zum Beispiel auch immer noch diese Kuriosität, dass es ein Recht auf dem Kita-Platz gibt, aber ein paar hunderttausend, Eltern immer noch keinen Kita-Platz in zumutbarer Nähe für ihre Kinder finden. Die stehen natürlich dann auch dem Arbeitsmarkt weniger zur Verfügung. Was für eine Verschwendung von Ressourcen und Arbeitskraft und natürlich auch eine Zumutung für die Entwicklung der Kinder und für das Familienleben. Also ihr seht, der Haushaltspunkt, der Haushaltsstreit, der wird wahrscheinlich sehr destruktiv ausgehen. Das ist noch, ich glaube, die nächsten zwei Wochen setzen sie sich zusammen. Dann werden wir die Ergebnisse haben. Aber viel Hoffnung kann man dort nicht versprühen. Noch zwei Meldungen aus dem Ausland. Das Institut für Wirtschaftsforschung hat mal gerechnet, was der Ukraine-Krieg gekostet hat. Kommt auf diese Zahl. Krieg kostet der Weltwirtschaft 1,6 Billionen US-Dollar. Eben durch die hohen Energiepreise. Die haben für Kostenstocks auf der Produktionsebene gesorgt und die stark gestiegenen Erzeugerpreise wiederum zehren an der Kaufkraft nachher auch der Konsumenten. Fortgeschrittene Länder seien besonders betroffen durch Produktionseinbußen. Für 23 steigt der Anteil an Verlusten in diesen Ländern auf rund 40 Prozent. Russlands Krieg auf die Ukraine hat schon längst eine hohe weltwirtschaftliche Bedeutung, sagt der IW-Konjunkturexperte. Diese Entwarnung ist leider auch in diesem Jahr noch nicht in Sicht. Rohstoffknappheit und Unsicherheit wird uns auch über 23 hinaus beschäftigen und Wohlstand kosten. Stimmt gleichwohl, sei noch mal ergänzt, den größten wirtschaftlichen Schaden und auch gesellschaftlichen und menschlichen Schaden hat natürlich die Ukraine selbst Wirtschaftsbruttoinlandsprodukt um ein Drittel eingebrochen. Nur das mal zur Vorstellung. Ein Drittel. Und ja, vorher schon waren hier das Land mit der geringsten Wirtschaftsleistung pro Kopf in Europa. Pro Kopf. Die Ukraine hat im Jahr 2021 vor dem Krieg im ganzen Jahr so viel erwirtschaftet, 200 Milliarden Euro, das war das Bruttoinlandsprodukt, wie Deutschland allein mal eben mit dem Doppelwumms raushaut. Gut, gut, fließt vielleicht nicht alles ab, ja, aber nur mal die Reaktion. Wir machen Doppelwumms und die erwirtschaften das in einem Jahr vor dem Krieg. Mittlerweile sind es dann, kann man ja rechnen, 140 Milliarden, 150 Milliarden, was auch immer. Also, wirklich bitter. Eine andere Meldung zum Thema Euro. Euro-Bulgarien hat seine Euro-Einführung verschoben. Die Meldung ist jetzt schon ein kleines bisschen älter, wollte ich trotzdem mal mit reinbringen. Weil Bulgarien die sogenannten Konvergenzkriterien nicht erfüllt hat. Heißt, Konvergenzkriterien, so ein bisschen so wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, angepasst sein sollen an das, was man in der EU erwartet. Hauptgrund war vor allem die hohe Inflationsrate, 13%. Ja, mal sehen. Man kann nur hoffen, das will ich allerdings schon mal sagen, dass man die Ukraine nicht gleichzeitig auch noch in den Euro zwängt. Schon der europäische Binnenmarkt wäre wahrscheinlich eine wirtschaftliche Überforderung dieser kaputtgebombten kleinen, nicht wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Wenn die dann auch noch den Euro bekämen, wäre das wahrscheinlich eine noch katastrophalere Überforderung. Oh wir. Jetzt kommen wir aber, bevor wir zu Lisa Paus kommen und ihrem Interview, kommen wir zu Boris Pistorius, der im Bericht aus Berlin die Forderung erhoben hat, mehr Milliarden für die Bundeswehr und man fragt sich ja, SPD-Politiker sieht ja, wie der Haushaltsstreit läuft. Warum jetzt auch noch mehr aus dem regulären Haushalt für die Bundeswehr, wo doch die Bundeswehr schon Sondervermögen hat? Das wurde gefragt, wir hören es uns an. Herr Pistorius, Sie werden jetzt mir bestimmt gleich sagen, soziale Sicherheit und äußere Sicherheit dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Man braucht beides. Aber wenn Sie sich ehrlich machen, man kann eben nicht alles mehr finanzieren. Deshalb zugespitzt gefragt, was hat denn Vorrang? Kinder oder Panzer? Darauf werde ich Ihnen keine Antwort geben, weil ich Sozialdemokrat durch und durch bin und nur weil ich Verteidigungsminister bin, verliere ich andere große politische Vorhaben nicht aus dem Auge. Und es ist so, wir dürfen militärische Notwendigkeiten, die es wieder neu gibt, nicht ausspielen gegen wichtige, ganz wichtige für den sozialen Frieden, wichtige soziale Projekte aufzugeben oder gegeneinander auszuspielen. Das muss uns allen klar sein. Das muss ein Weg gefunden werden. Und der besteht im politischen Geschäft in der Regel immer in vernünftigen Kompromissen. Okay, aber dann frage ich nochmal... An sich könnte es ja ein Vorteil sein, wenn Pistorius jetzt in Sachen Finanzpolitik sehr progressiv wäre und die ganze Ampel jetzt vor sich hertreiben würde und sagen, wir müssen da kreative Lösungen finden. 10 Milliarden für die Aktienrente sind ja finanzielle Transaktionen. Lasst uns doch überlegen, wie wir dieses Konzept zum Beispiel auf anderes ausweiten. Sondervermögen machen oder sonst was. Allerdings ist er, glaube ich, in Sachen Finanzen sehr konservativ, hat also Forderungen, aber keine guten Lösungen und verschlimmert damit das Verteilungsproblem zwischen den Ministerien noch zusätzlich. Nicht gut. Kret, wo sollen denn die zusätzlichen 10 Milliarden herkommen, die Sie fordern? Darüber wird mit dem Finanzminister zu verhandeln sein. Klar ist nur, das muss man in aller Deutlichkeit nochmal unterstreichen, Die 100 Milliarden Sondervermögen sind das eine. Die werden noch drei Jahre brauchen, bis sie ausgegeben sind. Danach wird es aber feststehen, dass wir mehr brauchen. Sind wir erst bei 13 Milliarden außerdem von diesen 100 Milliarden. Wir brauchen übrigens auch schon für den laufenden Betrieb. Deswegen ist auch neben dem 2-Prozent-Ziel zu erreichen, dass der Etat des Verteidigungsministeriums wächst, deutlich wächst, weil wir sonst die Aufgaben nicht wahrnehmen können, die es 30 Jahre lang nicht wahrzunehmen galt. Aber Herr Pistorius, auch in Ihrer Partei und auch bei Koalitionspartnern heißt es, warum aber immer mehr Geld, wenn das vorhandene ja überhaupt noch nicht ausgegeben ist, vom Sondervermögen, das ist kaum angetastet, keine einzige Panzerhaubitze ist bestellt. Müssen Sie nicht erst an Strukturen ran, Ihre Hausarbeiten machen, bevor man immer mehr Milliarden nachgibt? Also ich sage es mal so, das ist ein beliebtes Argument, dann, wenn man kein Geld aus der Tasche geben will. Das verstehe ich auch. Aber jeder, der weiß, wie ein öffentlicher Haushalt funktioniert und ein Etat eines großen Ministeriums, der weiß auch, dass man nicht innerhalb von wenigen Minuten nach zur Verfügung steht und dass man im Sommer letzten Jahres des Sondervermögens zig Milliarden ausgeben kann. Was ich sagen kann, ist, wir haben inzwischen fast 30 Milliarden des Sondervermögens vertraglich gebunden, auch dadurch, dass wir andere Vorhaben aus der Zeit davor reingeschoben haben. Aber geflossen ist noch kein Euro, oder? Das liegt aber schlicht darin, dass in der Regel erst Geld fließt, wenn geliefert worden ist. Das ist wie in anderen Belangen auch. Wir arbeiten jetzt gerade daran, mit der Rüstungsindustrie für Abschlagszahlungen zu sorgen. Das war bislang nicht vorgesehen. Das machen wir jetzt in Zukunft. Einfach auch, um zu dokumentieren, dass Geld abfließt. Das heißt, Sie würden sagen, Sie gehen an die Strukturen nicht erst ran, bevor Sie neues Geld akquirieren? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber wir leisten bereits Gehöriges. Und meine Absicht ist, dass wir zunächst die ganzen internen Regeln, die es gibt, Prozessrichtlinien und anderes, die wir uns selber als Ministerium in den letzten 30 Jahren auferlegt haben, dass wir die abwerfen, um schneller agieren zu können. Da muss ich nicht mal an Gesetze ran. Und das ist jetzt der erste Schritt. Und der wird schon für Beschleunigung sorgen. Erster Effekt wird sein, wenn jetzt nichts mehr dazwischenkommt, werden die neuen Panzerhaubitzen, die Verträge bis Ende des kommenden Monats unterschrieben sein. Bei all der Beschleunigung, die da immer gefordert wird und die Sie da ausrufen, muss man natürlich sagen, das sind auch sehr komplexe Beschaffungsprogramme. Und da ist in der Vergangenheit auch viel schief gegangen. Also wenn die Qualität nachher drunter leidet und wir schlechte Ware bekommen, das kann natürlich auch nicht das Ziel sein. Also Geschwindigkeit um jeden Preis, hat man so manchmal das Gefühl, so kippt die Debatte in die andere Richtung. Ja, hart ist der Pistorius nicht leicht, das in der Debatte richtig zu stellen, der gerecht zu werden. An einen sozialdemokratischen Verteidigungsminister bislang galt, jeder Euro für Verteidigung soll einen Euro auch für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe mit sich bringen. Der Finanzminister hat schon gesagt, das geht nicht mehr. Was sagen Sie? Das ist Aufgabe des Finanzministers und der Regierung insgesamt, dass wir uns darüber verständigen. Ich sage nur sehr deutlich, die Verteidigungsbereitschaft für Bündnis- und Landesverteidigung, die wir aufrechtzuerhalten haben, die wir zu gewährleisten haben, hört nicht auf, wenn irgendwann dieser furchtbare Krieg gegen die Ukraine zu Ende geht. Das müssen vor allem diejenigen verstehen und akzeptieren, die jetzt immer sehr laut sind, wenn es darum geht, Waffen an die Ukraine zu liefern, aber die Zeit nicht über den Zeitpunkt, über den Tag danach richten. Nämlich, wie sieht die Bundeswehr danach aus und wie muss sie sich weiterentwickeln? Das werden wir sehr genau weiterverfolgen. Herzlichen Dank, Boris Pistorius. Danke, dass Sie bei uns waren. Ja, also auch er kämpft um Geld, ähnlich so wie, ich hatte es schon angekündigt, Lisa Paus, unsere Familienministerin, die lange vorher Finanzen gemacht hat und im Interview mit Thilo mal erklärt, warum 12 Milliarden, wo die herkommen sollen. Wir schauen mal rein. ... als das wichtigste sozialpolitische Projekt der Ampelkoalition bezeichnet. Kommt die denn? Aber sicher. Wann dann? Wenn es nach mir geht, 2025. Nach deiner Regierung? Nach meiner Regierung auch 2025, das Datum hat noch keiner in Frage gestellt. Ich hatte jetzt gelesen, dass du sparen musst, weil von Jans-Minister Lindner sagt hier, ihr gebt alle zu viel Geld aus, wo soll das Geld denn herkommen? Das stimmt. Und Christian Lindner sich ja sogar mittlerweile, und die Verteilungsstrategie ist ja noch viel krasser, er sagt ja nicht nur Kindergrundsicherung, nee, kein Geld, sondern er sagt, Kindergrundsicherung, oh, es gibt nur Eckpunkte Papier, warum kein Gesetzentwurf? Und Kindergrundsicherung, ja, steht im Koalitionsvertrag, aber da steht nicht mehr Transfers. Warum nicht aufkommensneutral? Lass uns das doch lieber digitalisieren und vereinfachen. Reicht doch. Wir wissen ja alle, mehr Transfers sind nicht immer der Königsweg. Haben wir ja gelernt. Rhetorisch geschickter Satz, muss man ja sagen. Und über die Zahlen, da haben wir uns noch nicht intensiv gebeugt, da gibt es noch eine gewisse Lücke zwischen dem, was ich meine, was erforderlich ist und was der Finanzminister meint, was ins Tableau passt. Und dazu sind wir in Gesprächen. Aber habt ihr das nicht vereinbart in eurem Koalitionsvertrag? Weil ich dachte, der Koalitionsvertrag, der gilt? Ja, der Koalitionsvertrag gilt, das denke ich auch. Das sollte so sein und das wird auch so sein. Aber wir haben uns nicht, im Koalitionsvertrag steht keine Summe, kannst du mal nachlesen, steht keine. Und deswegen sind wir dazu noch in Verhandlung. Um wie viel Geld geht es denn da? Hunderte Milliarden Euro, die man erstmal finden muss? Nein, also ich habe angemeldet, jetzt für den Haushalt 25, 12 Milliarden Euro. Das sind jetzt nicht so viele. Das sind nicht so viele. Das ist ungefähr die Summe übrigens, die die FDP gerne abschaffen, also die auch fehlen würden, wenn der Soli abgeschafft würde. Von daher. Ein netter Seitenhieb. Die FDP klagt ja noch vor dem Bundesverfassungsgericht und hofft darauf. Christian Lindner verspricht sich davon ja in bester Trickle-Down-Economics-Manier, dass das der wichtigste Impuls wäre, um jetzt ressourcenfreie Spielräume für Investitionen bei den Unternehmen zu schaffen. Ja, das ist ja eben noch einen sehr interessanten, äh, sehr interessanten Seitenhieb verpasst. Fällt mir gerade ein, da ging es um das Thema Ehegattensplitting. Warum das nicht endlich mal angegangen wird. Also die steuerliche Behandlung, einkommenssteuerliche Behandlung von Ehepartnern. Und, äh, da hat Lisa Paus gesagt, nun ja, bei der FDP ist es so, die sieht die Familie als kleine GbR und alles, was innerhalb der GbR ist, ist Sache der GbR. Das hat niemand sonst anzugehen. Fand ich ganz lustig, den Vergleich. Die FDP sieht die Familie als gesellschaftbürgerlichen Rechts als GbR. Ja, aber was ist denn das Problem das bei denen? Das sind ja, also im Vergleich zu anderen großen Projekten sind das ja fast schon, äh, Kleckerbeträge. Warum, warum musst du denn dafür kämpfen? Weil es geht doch um Kinder in Armut. Da kann doch keiner was dagegen haben. Finde ich auch. Ja, aber offenbar schon in deiner Region. Was ist da los? Hast du denn den, äh, Christian Lindner schon mal angefragt für deine Sendung? Christian hat zugesagt, ich warte mal noch, dass er kommt. Ja, nein, dann kannst du es dann ja nochmal fragen. Ja, aber hast du ihn mal gefragt? Ich meine, es geht doch um arme Kinder. Wir verhandeln jetzt halt Prioritäten und, ähm, ich finde auch eigentlich, kannst da keine Frage geben. Ähm, Kinderarmut, äh, hat sich strukturell verfestigt in Deutschland und das ist das prioritäre sozialpolitische Projekt im Koalitionsvertrag und deswegen sollte es da keine Zweifel geben. So, aber es sind momentanen Fragezeichen dran und es gibt eben auch noch andere Projekte, die auch noch in den Haushalt wollen. Und da hat, haben dann unterschiedliche Parteien, das ist ja auch richtig, also, ne, es ist schon so, dass wir Grünen das da rein verhandelt haben und auch die SPD das mit unterstützt und rein verhandelt hat, äh, es war jetzt kein Projekt der FDP. Weil, ich habe das so verstanden, dein bisheriges Budget, was du als Familienministerin hast, das ist ja bisher noch ohne Kindergrundsicherung. Und da musst du jetzt schon kürzen. Wie willst du das denn quasi, wenn du jetzt noch mehr 12 Milliarden haben willst, musst du dann an anderer Stelle noch mehr kürzen? Ja, das geht schon allein deswegen nicht, weil mein jetziger Etat sind ja 13. Also nur von 13 Milliarden jetzt 12 Milliarden wegkürzen, ähm, das wäre dann schon mal das komplette Elterngeld und viele andere Sachen, also das funktioniert nicht, es muss schon zusätzlich kommen. Bist du dann da zuversichtigt, dass das klappt? Ja. Aber wenn du sagst, diese Kindergrundsicherung würde jetzt Kinder in Armut nicht beseitigen, warum machst du denn kein Gesetz, was Kinder in Armut beseitigen würde? Hast du deinen Vorschlag? Ja. Das finde ich immer das aller, aller, aller billigste, wenn, und das zeigt immer, Politiker haben gerade keine Antwort, wenn sie eine Gegenfrage an den Journalisten stellen. Das ist ja nicht Thilos Aufgabe, eine Antwort auf die Frage zu haben, deswegen fragt er sie ja. Selbst wenn er eine hätte, geht es ja gar nicht um die Antwort des Journalisten, ja. Immer, immer, immer ein rhetorischer Trick, immer drauf achten und skeptisch werden. Das ist doch, das ist doch eure Politik. Ich kann nur die Realität beschreiben, jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das ist doch eigentlich ein Skandal. Du hast selbst mal gesagt, es kann nicht sein, dass in so einem grundsätzlich reichen Land wie Deutschland Menschen existenzielle Nöte haben müssen. Das ist unser Part. Das ist unser Anspruch, das zu machen. Genau. Und deswegen arbeite ich daran und deswegen mache ich diesen Paradigmenwechsel, dass es eben jetzt von der Hohl zu einer Bringschuld wird des Staates, dass wir es automatisieren, dass die Menschen, die einen Anspruch haben, die das brauchen, auch tatsächlich das Geld bekommen. Das mache ich jetzt so. Aber grundsätzlich ist ja klar, wenn wir uns jetzt über Armuts- und Reichsdefinition unterhalten, also Armut im Kapitalismus komplett auszumerzen, ist halt nicht so einfach. Aber Armut im Kapitalismus auszumerzen ist nicht so einfach. Dem würde ich auch widersprechen. Denn also in dem Kapitalismus, den wir haben, ist Armut auch eine politische Entscheidung. Die Politik entscheidet, dass es Niedriglöhne gibt. Die setzt die Spielregeln fest. Wir haben mit Agenda 2010 Armut massiv ausgeweitet. Wir haben nach der Corona-Krise einen deutlichen Anstieg an Armut gehabt, weil wir Arbeitslosigkeit hatten, weil Solo-Selbstständige nicht vernünftig gerettet wurden. Das hat ganz viel mit Politik zu tun, mit Politikversagen und auch, und jetzt muss ich sie leider mit ins Boot holen, mit ambitionsloser Politik. Denn wenn sie sagt, das ist das sozialpolitisch prioritärste Vorhaben, aber dann nicht sagt, wie viele Kinder sie damit aus der Armut holen will, warum das so hoch sein muss, sondern immer nur die 12 Milliarden und ja, hoffentlich gibt es das. Ja, muss man ja noch verhandeln. Ja, vielleicht kommt es ja. Bei Minute 17 fragt Thilo sie, was denn ihr Ziel sei, wie viel Kinderarmut sie denn vermeiden. Abschaffen möchte und da kommt keine Zahl. Da sagt sie, ich bin ja eine seriöse Politikerin, die Zahl kann ich nicht nennen. Ja, aber das wäre doch genau das, wie man kommunikativ in die Offensive kommt. Mit meiner Kindergrundsicherung holen wir 600.000 Kinder aus der Armut. Keine Ahnung. Mal so gesagt. Wenn dann Christian Lindner dagegen argumentiert, dann kann Christian Lindner die Frage gestellt werden, warum willst du 600.000 Kinder nicht aus der Armut holen? Sie gibt aber keine Zahl. Ohne Zahl, ohne Ziel und über die Macht und die Wirkung von Zielen. Wir haben es in der Klimadebatte. Die Klimadebatte besteht gefühlt nur aus Zielen. Ja, aber Ziele sind halt wichtig und sind eigentlich auch politisch ein beliebtes Mittel, außer, außer, man weiß vorher schon, dass es nichts gibt. Bei den Wohnungen, 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr, war die SPD euphorisch. So, dann kam der Ukraine-Krieg, dann hat man den Immobilienmarkt ein bisschen unterschätzt und zack, jetzt funktioniert das nicht mehr, sind sie auf die Nase gefallen. Ja, keine Ziele, keine Richtmaßgaben, keine Ziele gibt nur aus, wer wenig Ambitionen oder wenig Hoffnung hat. Also, ich muss sagen, so nett das rhetorisch ist, was sie hier macht, für die Kinder kann es einem nur leid tun. Ja, weil, dass sie wirklich bis zum letzten Blut kämpft, dass sie die mediale Debatte gegen den besten Rhetoriker und als Finanzminister wahrscheinlich auch fast mächtigsten Politiker der Regierung gewinnen will, nicht so. Ja, nicht so. Es tut mir wirklich weh. Es ist wirklich schlecht. Ambitionslos, sagen wir mal so. Das war möglich. Warum macht ihr das nicht? Also, gerade in Bezug auf... Naja, ich habe bei Kapitalismus angefangen und natürlich der Verweis auf den Kapitalismus ist bei so vielen politischen Entscheidungen dann halt auch zu wenig. Im Übrigen würde, ganz mit die Fragen, was meint sie jetzt mit Kapitalismus? Meint sie Eigentum oder meint sie Marktwirtschaft? Wenn sie Marktwirtschaft meint, die Marktwirtschaft funktioniert besser, wenn man so will, die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus, den wir haben, der funktioniert besser sogar. In der Binnenwirtschaft, wenn es stärkere Löhne gibt. Denn Löhne sind ja nicht nur Kosten, sondern auch Einkommen. Die Leute brauchen Massenkaufkraft, um das Zeug zu kaufen, was die Firmen produzieren. Wenn eine große Masse bettelarm ist und wenn die Kinder in Armut aufwachsen und deswegen am Ende schlechtere Bildung haben, ist ja genau das, was wir jetzt auch gerade sehen. Dass arme Kinder dann eben schlechtere Bildungschancen haben, das nicht aufholen, Probleme haben, weil sie auch soziale Codes nicht lernen und sich abgrenzen oder ausgegrenzt werden, besser so formuliert, dass sich das verfestigt. Und dass das natürlich auch mit Problemen wie Qualifikationsproblemen und so weiter zu tun und Fachkräfte, ja. Also es schadet sowohl der Angebotsseite als auch der Nachfrageseite des Kapitalismus. Deswegen ist so dieser Verweis, oh der böse Kapitalismus, der ist ja so schlimm und aha, Arm und Glanz abzuschaffen, das schaffen wir nicht deswegen. Ja, ich mach das mal, ich hoffe mal, das funktioniert. Sorry. Zu wenig. Viel zu wenig. Reicht nicht. Das steht nicht im Koalitionsvertrag, kann ich nur mal sagen. Im Koalitionsvertrag. Das ist ja nicht die Bibel. Nein, aber es ist auch so, ich würde auch gerne noch andere Dinge tun. Also ich bin auch bei den Grünen zum Beispiel eingetreten, weil ich von Anfang an eine Verfechterin bin, dass wir das Ehegansplitting auch mal abschaffen sollten. Auch das steht nicht im Koalitionsvertrag. Von daher habe ich schon auch noch Pläne für die nächste Legislaturperiode. Ja, aber bleiben wir mal bei der Kindergrundsicherung. Also du willst jetzt was durchsetzen, was das Grundproblem, was du ja selbst beseitigen willst, nämlich Menschen in existenzieller Not, nicht behebt. Doch, es behebt es, aber nicht zu 100 Prozent. Ja, warum machst du denn nicht den großen Schritt? Weißt du, wie man Armut misst in Deutschland oder überhaupt? Erzähl's. Auch das, ja, wir werken uns. Es kommt wieder eine Gegenfrage an den Journalisten. Thilo, extrem souveriert, erzählt's. Jetzt erklärt sie uns, dass Armut relativ gemessen wird. Und deswegen ist es ja gar nicht so schlimm, weil es ja nur relative Armut, keine absolute Armut, weil man misst ja, wer arm ist, wer 60 Prozent vom Median hat, Median ist der in der Mitte. Also müssen wir doch das verändern und macht dann sogar ein falsches Argument. Wir können gerne mal reinhören, weil dann hat sie selbst das nicht verstanden. Der rhetorische Trick geht inhaltlich nach hinten los. Das wird berechnet, so Einkommen sozusagen von der gesamten Bevölkerung und dann wird eben geschaut, was ist der Durchschnitt und die genaue Größe ist der Median. Was ist der Median? Und dann ist es so, dass wenn man unterhalb von 60 Prozent des Medians liegt, dass man dann sozusagen statistisch, ja, nach sozialwissenschaftlichen Kriterien, dass man dann in Armut lebt. So, das heißt, wenn man Armut tatsächlich insgesamt ausmerzen will, ja, so, dann ist es eben so, wer über Armut redet, der darf über Reichtum nicht schweigen. Das machen wir gleich noch, ja. Ja, so, aber da weißt du eben, da gibt es der Koalitionsvertrag in Bezug auf... Reiche zu besteuern hilft den Kindern unten nichts, ja. Sie sagt hier, sie schafft die Armut nicht ab, weil es ist an der Berechnungslogik liegt, aber weil es an den Median gemessen wird, ist es egal, ob Susanne Klatten, weiß nicht, 15 Milliarden oder 8 Milliarden besitzt. Es ist völlig egal für den Median, es ist völlig egal, ihr Argument läuft komplett ins Leere. Und eigentlich ist es ein Argument, was immer von total Liberalen kommt, ja, Armut ist doch nicht so schlimm, wir sind da ein reiches Land und schaut euch doch an, also selbst 60 Prozent von Median sind doch hier ganz toll, ganz auskömmlich. Jeder kann es so schaffen, wenn er sich nur ganz dolle bemüht. Ja, das ist eigentlich so das klassische Liberale. Das hier zu kontern, nachdem sie selbst eingesteht, dass die Kindergrundsicherung nicht ausreicht, dass das ein Gesetz ist, was das Problem nicht vollständig löst, sorry, Selbsteingeständnis. Und bitteres Selbsteingeständnis, weil ich ihr gute Motive unterstelle, ja. Bitter. Sie wird das niemals gegen Christian Lindner durchbekommen. Dann hätte ich schon mal Wetten abschließen. Ich bin da ganz, ganz skeptisch, wie sie das so durchverhandelt bekommen will. Oh, 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 oh. Naja, okay, egal. Wir springen weiter. Ich kann das Interview auch, das war jetzt Minute zwölf, von dort nur weiter sehr empfehlen. Wir springen in Minute 48. Mittlerweile wurden mehrere Themen besprochen. Und Tino fragt sich so ein bisschen, gut, jetzt hast du ganz viele Projekte, die du eigentlich ja machen willst. Überall braucht es Geld für, aber es hast kein Geld. Was tun? Lass uns über Geld sprechen. Du warst ja Finanzpolitikerin. Die Boomer gehen in Rente. Es brennt also überall in deinen Gebieten und du hast nicht genug Wasser, um das Feuer zu löschen. Weil im Grunde hast du ja jetzt mehrfach erzählt, du hast Menschen in deiner Regierung, die das Feuer gar nicht löschen wollen. Das habe ich nicht gesagt, aber wir sind uns noch nicht richtig einig darüber, welche technischen Maßnahmen jetzt am besten helfen und diskutieren dann auch intensiv. Ich meine, logisch wäre ja, wenn man genug Wasser zur Verfügung hat, damit man die Feuer löschen kann. Ja, aber genau, da kann man jetzt anfangen. Ich glaube, die meisten Brandmeister würden sagen, Wasser ist gar nicht so effektiv, sondern wir könnten vielleicht besser Lösschaum nehmen oder wir brauchen einen Hubschrauber oder nehmen wir einen Insta-Wagen. Du hast zu wenig Hubschrauber, du hast zu wenig Lösschaum. Genau, und da kann man sich eben unterhalten über die verschiedenen Instrumente und was da jetzt besonders wirksam ist. Ja, aber wenn es brennt, dann muss man doch erstmal handeln. Mit der redet man ja auch vorher nicht. Welches Zimmer sollen wir jetzt nicht löschen? Da muss alles gelöscht werden. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel an einem Ort bist, sagen wir mal mitten in der Wüste oder so, da brennt es jetzt, also da hast du, also jedenfalls, du hast grundsätzlich einen Wassermangel. So, dann überlegst du schon darüber, denkst du schon darüber nach. Aber haben wir. Wie setzen wir das jetzt so ein, dass wir vielleicht das eine akzeptieren, okay, dieses Haus ist nicht mehr zu retten, ja, so und dann konzentrieren wir uns anders. Also die Analogie fängt jetzt langsam an schwer zu hinken, aber ich wollte nur sagen, es ist nicht automatisch so, dass wenn Brand da ist, dass man auch automatisch das Wasser zur Verfügung hat, um das alles zu löschen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fängt man eben an, sich das genauer anzuschauen, um die Lage im Griff zu halten und Deutschland voranzutreten. Aber du weißt doch selbst, du bist Finanzpolitikerin, kennst du mir den Kapitalismus aus, wo das Geld herkommt. Geld muss ja nicht knapp sein, man entscheidet sich, dass es knapp ist. Dafür haben wir eine Zentralbank. Ja. Die gibt das Geld aus, also wenn der Bundesfinanzminister sagt, hier, ich will, ich muss ein paar mehr Staatseinleihen. Die gibt das Geld nicht aus, aber sie hält es knapp. Dafür ist sie da. Ja, das könnte das sein. Dass wir nicht Inflation haben und so, sondern, also wir haben jetzt Inflation, aber dass sie eben nicht noch stärker steigt, dass Geld knapp ist. Dafür ist die Zentralbank da. Bist du eigentlich für die Schuldenbremse? Das war jetzt auch schon sehr interessant. Thiel hat natürlich völlig recht. Der Punkt, den er machen wollte, ist, jeden Euro, den Christian Lindner ausgibt, den besorgt er sich über Anleihen und das Geld kommt ursprünglich immer, immer, immer von der Zentralbank. Christian Lindner überweist Zentralbank Geld an die Banken derjenigen, die Zahlungen von Christian Lindner empfangen und er besorgt sich, wenn er Anleihen verkauft, Geld von der Zentralbank. Das kann die Zentralbank unendlich theoretisch erzeugen. Geld ist also nicht knapp. Der Mythos, Steuerzahlergeld, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, stimmt nicht. Es gibt Steuerzahlergeld, das ist ein irreführendes Narrativ. Staatliches Geld gibt es und ähnlich so wie bei Monopoly, aus der Monopoly Bank alles bezahlt werden kann. Könnte der Staat theoretisch auch immer Euros erzeugen, um alles zu bezahlen. Die Frage ist, wie viel Geld wird für was ausgegeben, was für Nebenwirkungen hat das und und und. Die Frage stellen wir aber gar nicht, zu der Debatte kommen wir gar nicht, weil wir nur in unseren politischen Spielregeln denken. Oh, Schuldenbremse, die müssen wir ja einhalten, weil Selbstzweck und Staat und Schulden sind schlecht. Aber hier war noch was viel Interessanteres. Die Zentralbank hält Geld außerdem nicht knapp. Das sind politische Regeln. Die Schuldenbremse, die Geld knapp hält. Die Zentralbank nicht. Die Zentralbank steuert nicht die Geldmenge. Das ist falsch gewesen von dieser Pause. Die Zentralbank macht auch gerade nicht Geld knapp, damit die Preise sinken. Das ist ganz klassische monetaristische Inflationstheorie. Das ist Friedman und Co., die glauben, kennt man auch von den ganzen Bitcoin-Bros, die alle glauben, oh ja, die Geldmenge muss jetzt reduziert werden, dann sinken die Preise. Beziehungsweise andersrum, die ja klagen, oh, wir haben nur so viel Inflation, weil die Geldmenge ausgeweitet wurde. Die EZB juckt die Geldmenge nicht. Die veröffentlicht die Statistik irgendwo auf der Website, aber wenn die Pressekonferenzen hält, wenn die irgendwas veröffentlicht, kann man immer gucken, Geldmenge steht da überhaupt nicht drin. Was drinsteht, ist der Preis des Geldes. Preis des Zentralbankgeldes. Das ist der Zins. Den Zins hat sie jetzt gerade erhöht. Das heißt, sie macht Geld teurer. Indem Geld teurer wird, kann es sein, dass zum Beispiel Banken weniger Kredite vergeben. Kann, muss nicht sein. Aber die Zentralbank steuert nicht das Geld, nicht die Geldmenge. Sie macht Geld nicht knapper, sondern teurer. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Sie kann die Geldmenge auch gar nicht steuern. Das würde uns jetzt zu weit führen, warum das technisch nicht funktioniert. Wenn sie das machen würde, die Geldmenge steuern würde, dann würde der Zins permanent fluktuieren. Weil man kann nur Menge oder Preis festsetzen. Im Moment setzt sie den Preis für Geld fest mit dem Leitzins, ein paar anderen Zinsen, und lässt die Menge sein, wie die Privatwirtschaft sie halt braucht und der Staat sie halt braucht. Aber nein, die Zentralbank steuert nicht die Geldmenge. Und sie macht Geld auch nicht knapp, um Inflation zu bekämpfen. Also, man kann nur hoffen, dass das drastisch verkürzt war. Wenn man es ihr ganz, ganz, ganz gutmütig auslegen will. Aber eigentlich ist das, wenn man sie beim Wort nimmt, und sie klugscheißt ja bei Thilo, weil er sagt, die Zentralbank gibt das Geld aus, versucht sie zu klugscheißen, und dann nehmen wir sie beim Wort, und dann ist es fatal. Das ist eine gleiche Inflationstheorie wie Frank Schäffler. Bitter. Unsere Familienministerin, eben zwölf Jahre im Finanzausschuss, hat die gleiche Inflationstheorie wie Frank Schäffler. Die Zentralbank steuert die Geldmenge und sie muss Geld knapp machen, wenn Inflation zu hoch. Man kann es sich nicht ausdenken. Bitter. Also, es wird noch bitterer, außerdem in dem Interview. Nein. Wann kommt die raus, aus dem Grundgesetz? Wenn es eine Zweidrittelmehrheit gibt, im Bundestag und im Bundesrat, das zu ändern. Das ist unwahrscheinlich. Ich bin, aber um so mal klar zu sagen, ich bin jetzt nicht dafür, dass man einfach uferlose Schulden macht, das bin ich überhaupt nicht. Nee, das heißt, es gab ja auch schon eine Regel. Gegen uferlose Schulden machen, dafür ist sie nicht. Uferlose Schulden machen ist so ein bisschen das gleiche Framing, wie Christian Lindner, der sagt, Transfers sind nicht immer der Königsweg. Das sind solche Aussagen, die stimmen natürlich immer, haben aber null Gehalt, weil sie nicht konkret sind. Uferlose Schulden machen könnte man auch gar nicht, weil irgendwann gibt es nichts mehr, was man damit kaufen kann. Dann mehr Geld ausgeben geht dann nicht. Aber es ist wirklich null Aussage, ja, gehaltslos. Wirklich nur aus wissenschaftlichen Gründen finde ich eben, dass die Schuldenbremse, die wir haben, die könnte man besser machen, die könnte man klüger gestalten und deswegen... Es brauchen jetzt zwei Drittel mehr, der Bundesrat und Bundestag, um sie aus dem Grundgesetz zu streichen. Es gibt aber Möglichkeiten, sie auszusetzen. Naturkatastrophen, Krisen. Ja. Sind wir nicht in einer Naturkatastrophe wie der Klimakrise, sodass wir quasi die Schuldenbremse einfach aussetzen können? Dazu hat es auch schon verschiedene Überlegungen gegeben, also das gucke ich mir immer wieder gerne aktuell an. Die herrschende Meinung ist, dass es derzeit nicht der Fall ist. Wirklich? Ja. Klimanotstand und so, das rechtfertigt keine Krise? Ne, es geht ja nicht nur darum, dass es... Sagt ihr Grün nicht, dass wir in einer krassen Klimakrise sind? Ja, sind wir auch. Aber die Frage ist, ob wir mit den derzeitigen, ob es in einer Situation sind, dass wir das mit den derzeitigen öffentlichen Mitteln nicht bewältigen können. Und das ist ja der Lackmustest beim Bundesverfassungsgericht. Da muss man sich eben, auf der einen Seite, okay, gibt es eben die Krise. Und die andere Frage ist, was brauche ich jetzt aktuell, um diese Krise anzugehen? Und habe ich das jetzt oder habe ich das nicht? Und momentan ist es ja noch so, dass wir eben einen Klima- und Transformationsfonds ja eingerichtet haben mit entsprechenden Mitteln. Und auch wir haben den WSF jetzt gemacht zur Senkung der Strom- und Gaspreise. Und das muss man dann immer genau sozusagen an der Einzelfrage dann abklären. Und das sind spannende haushaltsrechtliche Fragen, die aber im Moment nicht dazu führen, dass man sagt, allgemein Klimakrise ist das schon ausreichend. Wir haben noch eine Frage zum Thema Abtreibung. Ihr habt den 219a, also das Werbeverbot für... Dann, soweit also dazu. Dann gibt es eine spannende Frage von Hans, die dazu sehr gut passt. Moment, die ist ganz am Ende. Und zwar eine Zuschauerfrage. Wenn sie ja jetzt gerade festgestellt hat, okay, Schuldenbremse müssen wir eigentlich ändern, ginge aber nicht. Die Debatte ist auch ein bisschen, welche Steuern erhöhen welche nicht. Da hat Hans eine passende Frage dazu. Ja, als Beispiel. A, bist du dafür und B, was machst du dann, wenn dann die Zuckerlobby sich meldet? Oh, Moment. Wenn du es allein entscheiden könntest, wird die allerletzte Frage. Welche Steuer, wenn du es allein entscheiden könntest, würdest du neu einführen, welche abschaffen? Ich habe... Die Frage ist sehr gut. Ich finde, die könnte man fast jedem Politiker stellen, weil die so ein bisschen kitzelt, weil die so hypothetisch ist. Ich habe die damals im Chat beim Interview mit Franziska Brandmann, FDP, einige von euch werden sich erinnern, auch gestellt, hat Hans sie für mich dann gestellt. Mit drei Steuern, welche abschaffen, welche neu einführen. Das zeigt immer ganz gut, in welche Richtung man da denkt und was irgendwie als realistisch angesehen wird und was nicht. Also, wer die Frage gestellt hat, großes Lob. Auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Auf alle anderen schon? Toll. Die Finanzpolitikerin ist nicht darauf vorbereitet, zu sagen, welche Steuer rein und raus soll. Also, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich mich immer für mehr Steuergerechtigkeit eingesetzt habe. Und da geht es natürlich um Vermögensbesteuerung. Erbschaftssteuer. Genau, also eine Vermögensbesteuerung, das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Das hat die Unwucht, sozusagen die Schere, drastisch ausgeweitet, weil eben unser Einkommenssteuerrecht auch ganz, ganz viele Löcher hat. Und so, deswegen, wir müssen deutlich mehr tun bei der Vermögensbesteuerung. Und welche sollten wir abschaffen, ja? Konkret war das natürlich nicht. Da kann man gerne meinetwegen, ich bin da gerne für eine Systematisierung. Es gibt jetzt zum Beispiel ganz, ganz viele unterschiedliche Verbrauchsteuern. Es gibt zum Beispiel auch die Alkoholsteuer. Da könnte man auch mal eine Steuerreform machen und Dinge sozusagen zusammenfügen. Sie ist gegen Armut. Ja, sie will Armut abschaffen, Kinderarmut abschaffen. Was Kinder arm macht, was kleine Einkommen, Familie mit kleinem Einkommen arm macht, sind vor allem erstens die Sozialabgaben und zweitens die Mehrwertsteuern. Und natürlich auch andere Verbrauchsteuer. Aber die Mehrwertsteuer, gerade die auf Grundnahrungsmittel, ist die entscheidendste. Die war jetzt schon in der Debatte. Die wurde im Bundestag diskutiert. Ihr eigenes Parteimitglied und ihr Ministerkollege Öztemir spricht darüber, Gemüse und Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, von der Mehrwertsteuer zu befreien. Das fällt ihr nicht ein. Stattdessen nur Systematisierung und Vereinfachung. Ja, könnte man machen. Ob damit auch eine Senkung der indirekten Steuern, Verbrauchsteuern hergeht, lässt sie ja offen. Aber das wäre doch genau der Impuls. Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, wenn man das angeht, das würde oben was abschöpfen. Dann ist die Frage, wie kriegt man unten entlastet? Da wäre Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zum Beispiel ein guter Hebel. Der hätte hier Sinn gemacht. Aber nur oben ran, also das, was ihr angesprochen habt, wären auch wieder nur Einnahmen für die Länderhaushalte, Vermögensteuer und Erbschaftssteuer. Würde ihr die Situation im Bund nicht lösen. Aber bei der Mehrwertsteuer dann nicht so weit. Jetzt gibt es aber noch einen letzten interessanten Blog, den ich mit euch hier besprechen möchte aus dem Internet. Und zwar ist das Thema CumEx. Dieser Paus war zwölf Jahre im Finanzausschuss. Hat also auch CumEx-Aufarbeitung und Skandalisierung und ganz viele Sitzungen dazu mitgemacht. Und da gibt es einen sehr interessanten Part jetzt mit Thilo, der sie ein bisschen dazu gefragt hat, ist das denn eigentlich alles noch so, gibt es das alles noch, läuft das noch weiter? Und sie hat Olaf Scholz damals mal einen Lügner genannt. Ob sie dazu denn auch heute noch steht? Du hast den größten Steuererkeitsskandal in der Geschichte der BRD genannt. Ja. Und nicht nur ich, sondern das ist, glaube ich, ist einfach Tatsache. Veruntreuend dem Staat sozusagen wegnehmen. Du hast ja CumEx den größten Steuererkeitsskandal in der Geschichte der BRD genannt. Ja, nicht nur ich, sondern das ist, glaube ich, einfach Tatsache. Ist der komplett aufgearbeitet, haben wir alles gelöst? Er ist wahrscheinlich nicht komplett aufgearbeitet. Richtig ist, dass die damals offensichtlichen gesetzlichen Lücken, dass die inzwischen geschlossen sind. Es gibt aber immer wieder Hinweise, dass es neue sozusagen Varianten gibt. Ja, so quasi wie eine Hydra. Wenn du das eine Loch stopfst, dann gibt es doch noch wieder andere Wege, das zu machen. So, dafür sagt, habe ich das ja länger nicht verfolgt, aber hat das Finanzministerium gesagt, sie haben dafür keine konkreten Hinweise. Es gibt eine Diskussion, dass man doch noch Sicherheits-Safety-Netz sozusagen einbauen kann. Da steht auch was im Koalitionsvertrag. So wie der genaue Stand ist, kann ich dir momentan nicht sagen, weil ich mich tatsächlich, seitdem ich Familienministerin bin, nicht mehr darum gekümmert habe. Du hast aber, ging ja. Die Ampel hat sich ausgeben, auch noch nicht um das gekümmert, was im Koalitionsvertrag steht. Nämlich ein, eigentlich was ganz Gutes, ein IT-gestützter automatischer Abgleich von gezahlter und erstatteter Kapitalertragssteuer. Das genau war ja der Trick bei Cum-Ex zum Beispiel. Kapitalertragssteuern sich mehrfach erstatten zu lassen. Also wie man geht in den Supermarkt, schmeißt eine Flasche rein, kriegt einen Pfandbon und kopiert den, legt den ganz auf den Kopierer und gibt den dann mehrfach ab und lässt sich das mehrfach erstatten. Und es gibt keinen Abgleich automatisierten IT, der eben checkt, oh, wurde die schon mal erstattet oder nicht? Wurde der Bon schon gelöst oder nicht? Und da steht, glaube ich, im Koalitionsvertrag noch irgendwas, auch noch mit Kryptotechnologie oder so, die dazu eingesetzt werden soll. Gut, auch ohne wäre ja schon recht, sollen sie ja machen. Stillstand. Gut, fair enough. Im BMF gibt es genug andere Baustellen gerade. Ist vielleicht nicht die vordringlichste. Aber, er verweist auf den Koalitionsvertrag, da ist noch eine Lücke. Da kann man noch machen. Da kann Krischi noch was arbeiten. Es gibt ja auch ein paar zentrale Player bei Cum-Ex, unter anderem unseren heutigen Bundeskanzler. Da hast du über Olaf Scholz gesagt, Olaf Scholz hat den Bundestag belogen über seine Treffen mit der Warburg-Bank im Cum-Ex-Betrug. Bist du noch deine Meinung? Das war ja damals, wo da hatten wir eine Sondersitzung des Finanzausschusses. Das war ein halb Jahre her. Genau, da hatten wir eine Sondersitzung des Finanzausschusses. Und es ging darum, dass Olaf Scholz einige Jahre vorher, wo er noch Regierender Bürgermeister von Hamburg gewesen ist, sich getroffen hatte mit dem, damit der Chef der Warburg-Bank, Herrn Oliarius. Und wir hatten eine vertrauliche Sitzung. Inzwischen ist das Protokoll entstuft, deswegen darf ich das sagen. Wir hatten eine vertrauliche Sitzung. Und in dieser Sitzung haben wir darüber gesprochen, da war bekannt geworden, der Oliarius, der hatte Tagebücher geführt. Übrigens, ich habe gerade eben gesagt, mit Krypto. Es steht nicht Krypto in dem Koalitionsvertrag, sondern Blockchain, genau mit Blockchain-Technologie. Sorry, das habe ich jetzt gerade. Blockchain, nicht Krypto. Mit Tagebüchern war halt gefunden worden, dass er sich mit Olaf Scholz getroffen hat. Und deswegen hatten wir dann eben eine Sondersitzung und haben eben mit Olaf Scholz darüber gesprochen, über dieses Treffen. Und das haben wir schon intensiv gemacht. Und dann hast du festgestellt, dass er gelogen hat. Und mein Eindruck eben bei dieser Ausschusssitzung war, es hat ein Treffen gegeben. Aber immer mehr. Es hat ein Treffen gegeben. Und danach stellte sich raus, ich glaube Panorama war es oder so, also einige Wochen danach, war plötzlich eben die Meldung, er hat sich mehr als einmal getroffen. Und daraufhin habe ich gesagt, mein Eindruck ist, das passt nicht zusammen. Du hast gesagt, Scholz hat gelogen. Mein Eindruck ist, das passt nicht zusammen. Du hast außerdem gesagt, in Sonntagsreden gibt Scholz gerne den aufrichtigen Sozialdemokraten. Hinter Kulissen ist er der Genosse der Banker. Siehst du das immer noch so? Das habe ich damals gesagt, als Finanzpolitikerin der Grünen in der Opposition. Und das war auch im Wahljahr. Ich kann jetzt mal heute sagen, ich bin jetzt Teil des Bundeskabinetts und ich arbeite wirklich gut mit Olaf Scholz zusammen. Du hast außerdem über ihn gesagt, wir haben ganz klar gesehen, Scholz hat seine Behörden nicht im Griff. Er hat seine Netzwerke, die ihn schützen und für die er andersrum einsteht. Wenn es brenzlig wird, kann er sich plötzlich an nichts erinnern. Das sind keine guten Voraussetzungen für den Job eines Bundeskanzlers. Siehst du das immer noch so? Ich finde, Olaf Scholz macht einen guten Job als Bundeskanzler. Aber du hast den heutigen Kanzler, einen Lügner genannt, du hast seine Qualifikation angezweifelt und jetzt arbeitest du mit ihm zusammen. So ist es. Erklär das mal meiner Oma. Ich kenne deine Oma nicht. Wie alt ist deine Oma? Über 80. Wieder Gegenfrage, Ablenkung. Über 80. Die Lisa hat den Kanzler einen Lügner genannt und seine Qualifikation angezweifelt und jetzt arbeitet sie aber für ihn. Warum? Wie passt das zusammen? Ich habe das schon erläutert. Das war damals die Situation. Du siehst es ja immer noch so offenbar. Nein, ich habe das. Damals war das die Situation, dass mein Eindruck von dieser Sitzung war, es hat ein Treffen gegeben und ich musste hinterher lernen, dass es mehr als ein Treffen gegeben hat. Daraufhin habe ich das gesagt. Ansonsten war da eben eine große Gemengelage und jetzt ist Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden, weil er auch die Wahl 2021 für sich hat entscheiden können. Und jetzt stelle ich fest, ich kann sehr, sehr gut mit ihm zusammenarbeiten. Übrigens, Olaf Scholz ist auch ein großer Unterstützer bei der Kindergrundsicherung. Hast du mit ihm jemals über Cum-Ex gesprochen, damit du vielleicht deine Zweifel an seiner Person ausräumen kannst? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Das wäre doch jetzt eine zentrale Sache. Hast du ihm nicht gesagt, so Olaf, übrigens, wenn du mich jetzt zur Ministerin machst, ich habe übrigens sowas mal über dich gesagt. Das weiß der Olaf, weil er hat das damals auch mitbekommen. Und das war alles damals und wir sind dann eben in diese Regierung zusammen eingestiegen. Das war ja für mich vorher die Entscheidung. Unterstütze ich diese Regierung? Ich bin in den Deutschen Bundestag gewählt. Ich bin ein Teil. Ich habe die Ampelverhandlungen eben mitgeführt. Bin ich bereit, dieser Regierung unter dieser Führung anzugehören? Und ich habe die Entscheidung klar so getroffen. Und ansonsten ist es so, dass die ganzen Fragen ja auch weiter erörtert werden. Es gibt ja auch noch einen Untersuchungsausschuss in Hamburg. Da werde ich ja jetzt auch bald sein, weil alle Mitglieder des Finanzausschusses jetzt nochmal eingeladen worden sind. Aber ansonsten, von mir aus gibt es da nichts hinzuzufügen. Ich habe mich mit dem Thema seitdem nicht mehr beschäftigt. Ich meine, es gibt eine tolle Rede von dir vom 29. Januar 2020 im Bundestag zum Thema Cum-Ex. Ich könnte da über viele Sachen reden. Du hast da viele Forderungen gestellt. Ja, das habe ich damals alles gesagt. Die ja fast alle noch nicht umgesetzt wurden. Aber du hast auch gesagt, die staatlichen Strukturen, die diesen Cum-Ex-Skandal ermöglicht haben, sind bis heute dieselben. Und das ist doch immer noch so, oder? Da ist jetzt ein bisschen was passiert, aber das kann ich dir jetzt gerade nicht komplett her sagen. Denn so, richtig ist die Vermutung, dass es da immer noch Möglichkeiten gibt. Interessant ist ja vor allem, dass sie ja Familienministerin nicht von Anfang an war als Teil des Kabinetts, sondern ja dann eingesprungen ist. Sie hat als Finanzpolitikerin ja wieder gestartet, hat bei den Grünen den Vorsitz gehabt von Haushalt, Wirtschaft und Finanzen. Also so die Wirtschaftsfrau der Grünen sozusagen gewesen. Bei Finanzpolitik den Koalitionsvertrag und die Sondierungen damals mitverhandelt. Bei Finanzpolitik, nicht bei Familienpolitik, ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr da raus. Und jetzt weiß sie gar nicht mehr, ob die Strukturen da alles noch so ist oder nicht. Da hat sie sich natürlich vornehm zurückgenommen. Eine Sache stimmt allerdings nicht. Da hat sie sich das Leben ein bisschen zu einfach gemacht. Sie hat Olaf Scholz nicht einen Lügner genannt, als Bundestagswahlkampf war. Sie hat Olaf Scholz, es war Mitte 2020, da war kein Bundestagswahlkampf. Zumindest nicht in der Intensität. Doch nicht. Es war erst 21. Also bitte. Das stimmt nicht. Ist natürlich unangenehm. Und natürlich muss sie da, ist es ja auch okay, wenn sie in die Regierung mit Olaf Scholz eintritt. Ja, wenn sie da ein paar Sachen regeln kann. Und was verbessern kann. Spricht ja gar nichts dagegen. Sie kann den Punkt ja einfach ownen und sagen, ja, da war ich extrem kritisch. Bei KumaX bin ich bis heute noch kritisch. Trotzdem bin ich Teil der Regierung als Familienministerin. Und das ist ein grünes Ressort. Da versuche ich das Beste rauszuholen. Wäre ja okay gewesen. Ja, aber darauf hätte man sich, glaube ich, gerade auf die Frage, eigentlich ein bisschen besser vorbereiten können. Nun ja, soviel zum Interview mit Lisa Paus. Checkt das gerne nochmal in ganzer Länge aus. Das ist auf jeden Fall wert. Man kann auch noch eine ganze Menge lernen. Es gibt dann auch viele Details zur Kindergrundsicherung, zum Ehegattensplitting und vielen weiteren Details. Auch Interessantes über ihre Biografie. Das dazu. Und damit kommen wir zu unserer großen, naiven Fragestunde. Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen mitgebracht habt oder während der Sendung euch Fragen gestellt habt, dann haut die jetzt gerne in den Chat. Nie, bevor ihr schon mal in den Chat warnt. Kopiert die nochmal raus oder stellt die nochmal rein. Denn ich schaffe es nicht, hochzuscrollen und wieder rauszusuchen. Und packt die einfach, genau, jetzt in den Chat. Sei nochmal verwiesen auf den Programmhinweis. Thilo ist am Mittwoch zu Gast bei Zapp und moderiert einen Talk zu Welche ALD wollen wir? 22.45 Uhr. Sehr interessant. Und am Freitag das Interview, das geplante Interview mit Daniel Günther fällt leider aus. Der Ministerpräsident ist krank geworden. Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung. All diese Formate bei Junge Naiv, die Interviews, das mit Lisa Paus hier, das für Freitag leider geplatzte und das Wirtschaftsbriefing und natürlich auch die Regierungspressung gibt es alles nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder sonst in den Videodetails bzw. Shownotes, wenn ihr über Podcasts später reinschaltet. Bei Unterstützung ab 20 Euro, treue Junge Naivhörer, werden das wissen, werdet ihr namentlich im Abspann verewigt und der Dank des ganzen Junge Naiv-Teams ist euch selbstredend sicher. Gut, kommen wir zu euren Fragen. Oh ja, sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ich hatte erst noch überlegt, das noch mit reinzunehmen. Naive Frage, was hältst du von der Diskussion, die Krankenkassen zu entlasten, indem die ungesund leben, rauchen etc. mehr zahlen und die gesund leben dann weniger? Das ist eine sehr, sehr grundsätzliche Diskussion. Spiegel habe ich eben noch ganz nur überflogen noch, da gibt es jetzt auch noch eine Gastkolumne dazu, wo das gefordert wird. Das ist aus folgendem Grund problematisch. Wir wissen ja, dass die Familien und die Menschen, die wenig verdienen, dass die kürzer leben, dass die durchschnittlich ungesünder sind, dass die, was Adipositas, was Stress und so weiter angeht, anfälliger sind und dass die natürlich auch insgesamt ein schwereres Leben haben als jemand, der top verdient, noch mehr als jemand, der reich geerbt hat, einfach ganz andere Sorgen. Und dass auch Rauchen, Zigarettenkonsum und Alkoholkonsum damit entsprechend verbunden ist als Kompensationsmechanismus. Das jetzt, das jetzt zu nehmen, um zu sagen, wir diskriminieren jetzt in der Krankenkasse und in der Pflege oder in den Sozialabgaben generell, aber in der Krankenkasse ist natürlich etwas, was am nahen zu liegen ist, zwischen gesund und ungesund, ist brutal. Ja, dann ist es ja eigentlich ein Solidar-Pakt, den man da hat und der wird dann aufgekündigt. Das ist extrem gefährlich, den Weg zu gehen, den sollte man auf gar keinen Fall gehen. Der kann nur schlecht sein für diejenigen, die sonst schon im Leben schlechter dastehen, schlechtere Chancen haben. Deswegen, das finde ich sehr gefährlich, das sollte man nicht weiter diskutieren. Ist Föderalismus für dich, Maurice, korrekt? Was auch immer mit korrekt jetzt genau gemeint ist, ist Föderalismus schon nützlich? Wir haben ein paar Probleme damit, zum Beispiel im Bildungsbereich. Erstens, was die Finanzierung angeht oder auch im Verkehrsbereich, was die Finanzierung angeht. Zweitens, was die einheitlichen Standards angeht. Arbeitnehmer sollen ja bereit sein, von Bremen nach NRW zu ziehen für einen Job. Wir müssen die Kinder und die Familie unter Umständen mit umziehen. Die Schulsysteme passen nicht zueinander, das ist schlecht. Also ja, wir haben Föderalismus und der ist sicherlich auch bei vielem effizient, weil die Grundidee, alles auf möglichst kleinster Ebene zu lösen, ja gut ist. Umsetzung hapert so ein bisschen. Was hältst du vom Konzept einer negativen Einkommenssteuer? Die Idee dahinter, das Motiv ist ja, schlechte Löhne zu subventionieren, zu kompensieren. Und das halte ich für falsch. Man sollte besser in erster Linie dafür sorgen, dass die Löhne ausreichen und dassjenigen, die keinen Lohn haben, dass jeder, der arbeiten will, auch Arbeit finden kann. Und dass diejenigen, die trotzdem keine finden oder trotzdem arbeiten und zu wenig verdienen, dass die dann eben über den Sozialstaatsbezuschuss werden. Aber pauschal eine negative Einkommenssteuer, also bei kleinen Einkommen noch Geld mit draufwerfen, damit entlässt man auch die Arbeitgeber zu sehr aus der Verantwortung. Selbst wenn das vielleicht umgesetzt ad hoc erstmal eine Verbesserung für viele wäre, halte ich das für einen gefährlichen und falschen Weg. Ich möchte mir nochmal fragen, ob du eine Festzinsvereinbarung für Studiekredite aktuell für eine gute Idee hast, oder nee, ich sehe der Zinseentwicklung eher pessimistisch entgegen. Das ist ja fast Anlageberatung, die kann ich natürlich nicht machen. Aber die Logik ist natürlich dieselbe und das ist vielleicht ein ganz grundsätzlicheres Problem, dann beantworte ich es mal so ökonomisch, dass wenn die Zinsen sich verändern, jeder, der einen Kredit aufnimmt und auch jeder, der einen Kredit vergibt, genau gucken muss, oh, wenn der über ein paar Jahre läuft, wie verändern sich dann die wirtschaftlichen Umstände, wie verändert sich der Zins dann. Banken müssen sich eine Sicherheitsmarge mit einkalkulieren und in gewisser Weise ist es immer eine Wette. Man weiß ja nicht, wo der Zins hinläuft, beziehungsweise wo die EZB ihn hinhaben will und dann alle anderen Zinsen in Abhängigkeit von dem, den die EZB festlegt, hinläuft. Es ist davon auszugehen, das haben Sie ja schon ankündigt, dass er erstmal noch weiter steigen wird und wahrscheinlich auch nicht so schnell sinken wird, wenn die Inflationsrate runtergekommen ist. Denn die Nullzinspolitik, die war ja sehr, würde ich sagen, tendenziell unbeliebt. Da hat die EZB viel Kritik für bekommen. Und jetzt bei höheren Zinsen, wenn wir dann nachher bei 3,54% auskommen, dann ist das, glaube ich, was, was viele dann erstmal noch weiter behalten wollten, wo dann Druck darauf ist. Wenn wir keine krasse Wirtschaftskrise dann haben, die es notwendig macht, die Zinsen wieder zu senken, werden sie wahrscheinlich nicht so schnell runterkommen. Also ob Festzins oder Variabel, das muss jeder für sich selbst wissen. Genau, das kann das Format hier nicht leisten, bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Wie kann gewährleistet werden, dass eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auch tatsächlich bei den Kunden ankommt, und nicht bedingt verzögert wie beim Tankrabatt? Tankrabatt ist ein sehr vermachteter Markt, der Tankstellenmarkt. Da gibt es Oligopolis, da gibt es ja auch Firmen, die entlang der Lieferkette viel beherrschen. Also wenn ich mich zum Beispiel an Shell erinnere, die fördern, die handeln, die raffinieren und die haben Tankstellen. Also die haben alles sozusagen. Und der Lebensmitteleinzelhandel ist in Deutschland eigentlich ein guter Wettbewerb. Und wir haben vor allem Discounter, Netto, Aldi, Lidl, deren Preis und Geschäftsstrategie ist, den niedrigstmöglichen Preis anzubieten, um Masse zu machen und Edeka, Rewe und so weiter und natürlich ihren Discounterkollegen das Geschäft abzugraben. Und deswegen werden die sehr bemüht sein, sofort die geringere Steuerlast für niedrigere Preise zu nutzen. Und da ist dann die Marktwirtschaft und der Wettbewerb, die dafür sorgen. Wenn nicht, ist das ein Fall für das Kartellamt. Aber selbst wenn nicht, wäre das kein Argument, die Steuersenkung nicht zu machen, sondern ein Argument, die Wettbewerbsstruktur dort zu überprüfen, das Kartellamt einzuschalten. Weil das ist dann das Problem. Man kann ja keine höhere Mehrwertsteuer, die unsozial ist, gerechtfertigen, weil man sagt, oh, der Markt ist zu vermachtet, die würden vielleicht bei einer Senkung was einkassieren. Das wäre die falsche Argumentationsstrang. Naiwe Frage. Das Hauptargument für die Schuldenbremse ist, dass sie die Regierung diszipliniert. Siehst du für diesen Zweck eine Alternative? Vor allem, wenn man VWL-Profis wie die FDP bedenkt. Ja, also erst mal muss man sagen, die Schuldenbremse diszipliniert, das stimmt, aber sie diszipliniert ja falsch, weil wir ja Zukunftsinvestitionen unterlassen, wir haben milliardenschweren Investitionsstau, hunderte Milliarden schweren Investitionsstau in Deutschland, also Disziplin für Dumme, wenn man so will. Wir haben einfach, es ist ein bisschen so, als würde man irgendwie permanent Liegestütze machen, obwohl man nicht mehr kann und sich irgendwie den Brustmuskel reißen, aber weiter machen, weiter, weiter, weiter. Jetzt kann man auch am Ende sagen, ja, toll, diszipliniert, aber hat sich kaputt gemacht. So ein bisschen ist das die Schuldenbremse-Disziplin für unsere Infrastruktur. Und man kann die Schuldenbremse ja auch ändern, zum Beispiel mit der Konjunkturkomponente. Das ist so eine Komponente, die entscheidet oder die dafür sorgt, dass wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann darf der Staat auch unter der Schuldenbremse ein bisschen mehr Schulden machen und wenn sie gut läuft, darf er ein bisschen weniger machen. Nur diese Konjunkturkomponente ist auch zu klein und zu statisch. Wenn man die größer machen würde, könnte man auch die Schuldenbremse in ihrer Logik so verändern, dass man vielleicht schafft, mehrere Milliarden da mit raus, mehr rauszubuttern, solange es keine Vollbeschäftigung gibt. Das wäre schon mal gut. Und das könnte man aber auch über andere Regelungen lösen. Nur so wie die Schuldenbremse ist, ja, ist das Disziplin für dumme und zu eng. Naive Frage. Eine Schülerin fragte mich, wenn wir Schulden aufnehmen müssen, die auch zurückgezahlt werden, was ist wahrscheinlich, wenn das passiert? Ich habe gesagt, dass das bisher noch nicht passiert ist. Das war ja aber noch nicht genug. Genau, wenn man den absoluten Schuldenstand sich anguckt, der wächst immer. Und zweitens, eben das Argument, ja, Schulden werden vererbt, so nach dem Motto. Stimmt. Was aber bedeutet, Staatsanleihen werden vererbt und die Zinsausgaben des Staates und natürlich die Tilgung des Staates fließt an diejenigen, die die Schulden halten, also die Staatsanleihen halten. Da fließt das Geld hin. Und das ist halt eine Entscheidung. Das ist eine Ausgabe, wie alle anderen auch. So wie wir uns entscheiden, Erben nicht zu besteuern oder kaum zu besteuern. So wie wir uns entscheiden, Einkommen zu besteuern. So wie wir uns entscheiden, Zuschüsse zur Rente zu geben. So wie wir uns entscheiden, Geld für Hartz IV auszugeben, entscheiden wir uns halt eben auch für diese Zinsausgaben. Das sind immer Einnahmen von wem anderes. Und deswegen ist es immer ein Verteilungsproblem innerhalb einer Generation. Das stimmt schon. Nur ist halt blöd, für dieses Verteilungsproblem kein Geld auszugeben. Wenn das am Ende bedeutet, wir kriegen unsere Schulen nicht vernünftig hin, Energiewende nicht gewuppt und verkacken beim Klimaschutz, dann ist damit ja keinem geholfen. So, eine letzte Frage machen wir noch. Hat, das ist doch eine gute Frage, da habe ich heute noch drüber nachgedacht, hat die Inflation den Mindestlohn schon weggefressen. Man muss sagen, der Mindestlohn ist absolut, die absolute Mindestlohnhöhe ist nicht zufriedenstellend. Relativ hat sie sich natürlich stark verändert. Die Anhebung auf 12 Euro jetzt war ja prozentual, da wo wir herkamen, von über 10, 10,35, 10,55, war natürlich überproportional, also war prozentual mehr als die höhere Inflation. Und deswegen hat sie sozusagen real, sich der Mindestlohn hat er sogar im Zeitverlauf gewonnen, die reale Entwicklung. Aber absolut, gemessen an dem, was man absoluten Maßstäbe, was es bräuchte, um halt ein gutes Leben zu führen, reicht es nicht. Wir kriegen immer wieder die Zahlen, wenn man ein ganzes Jahr zum Mindestlohn oder knapp drüber mal locht, kriegt man keine vernünftige Rente, das ist nicht existenzsichernd, da nannt man ziemlich sicher in Grundsicherung. Und das ist nicht das, was das Versprechen sein sollte. Jeder, der hier mal locht, jeder, der hier schuftet, sollte auch einen vernünftigen Lebensabend gestalten können und gut über die Runden kommen. Schön, ihr Lieben. Das ist das Schlusswort. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf den Daumen nach oben und lasst gerne ein Like da. Fragen und Anmerkungen gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche, Montag wieder, zu gewohnter Zeit, 21 Uhr. Habt eine schöne Woche, bleibt stabil. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Das ist nicht alles gut funktioniert, die ist wahrscheinlich nicht falsch. Zum Beispiel, weil es da eben auch an so technischen Fragen hängt, wie jetzt genau die Abrechnung ist da an Börsen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.